Herzlich Willkommen beim Eintracht Frankfurt Podcast, Ausgabe Nummer 360. Mein Name ist René, außerdem heute mit dabei der Herr Bastille. Gude und Grüße. Und irgendwo zwischen Millionen von Umzugskisten sitzt der Herr Marvin. Na, was geht ihr, Lurche? Die anderen beiden Lurche lassen sich entschuldigen, die sind heute nicht dabei, der eine hat Familienverpflichtung und Frau Alex turnt irgendwo auf dem Metallica-Konzert rum. Ich will ja nichts sagen, aber im Zweifel müssen wir die Alex ja gar nicht mehr entschuldigen, die ist so oft nicht da, die muss ich erstmal wieder verdienen, dass wir sie ansagen. Ja, so können wir das natürlich auch handhaben. Ich bin ja langsam ein bisschen sauer, ja. Ich sehe schon, hier ist heute Stimmung im Karton. Großartig, großartig, großartig. Bevor wir hier gleich zu Dingen wie Transfers, Spiele gegen französische oder ostdeutsche Vereine kommen, muss ich ein bisschen Housekeeping machen. Erst nochmal vielen, vielen Dank für die, die auf meinen Hinweis in der letzten Sendung reagiert haben, dass wir hier ein spendenfinanzierter Podcast sind und die ein oder andere Spende noch bei uns eingeworfen haben. Vielen, vielen Dank dafür. Very nice. Very nice, genau. Und da war eine Frage dabei, da möchte ich ja mal kurz drauf eingehen, warum wir nicht irgendwie so eine Steady-Kampagne dies, das machen. Wir haben eine Patreon-Kampagne, die haben wir jetzt aber in letzter Zeit nicht mehr so aktiv beworben, weil ich so ein bisschen angefressen war von deren Modell mit ihren Gebühren-Geschichten, die sie da irgendwie mal versucht haben durchzuziehen und dann wieder haben sein lassen. Glücklicherweise. Also das ist eine Variante, wie man uns unterstützen kann, aber was halt wirklich einfach am besten funktioniert, sind tatsächlich die guten alten Überweisungen, weil da ist wenig Gebühr dabei, da bleibt am meisten bei uns hängen. Ihr müsst nicht irgendwelche Fantasie-Prozent-Gebühren bezahlen, also von daher, so ein Dauerauftrag ist auch schnell eingerichtet. Also von daher vielen, vielen Dank und ansonsten, wenn ihr nicht überweisen wollt oder Paypal, dann guckt mal Patreon an, da kann man glaube ich auch Kreditkarten hinterlegen. Und das Ganze war ja verbunden mit unserem Gewinnspiel und eigentlich war ja der Plan, dass wir das in der heutigen Sendung auflösen. Jetzt haben wir den Dienstag spontanerweise zwei Tage vorgezogen, weil diese Woche der Termingott irgendwie so ein kleines Arschloch ist. Von daher können wir es jetzt heute nicht auflösen. Ihr habt noch bis Montagnacht oder bis Montagabend 11 Uhr, wenn ich das richtig im Kopf habe, die Möglichkeit an unserem Gewinnspiel der zwei Eintracht-Saisonbücher teilzunehmen. Wenn ihr das noch nicht getan habt, dann jetzt hier Last Order und dann werden wir die Gewinner per Twitter, Facebook, wie auch immer bekannt geben, beziehungsweise auch direkt informieren. So, soviel zum Thema Housekeeping. Und dann machen wir jetzt hier mal einen Blick auf das Transferfenster. So wie das jetzt aussieht, kommt diese Bastos-Thematik jetzt dann doch langsam zu einem guten Ende. Heute vor dem Spiel deutete sich an, beziehungsweise Bruno Hübner nach dem Spiel hat es bestätigt, Bastos ist morgen zum Medizin-Check in Frankfurt. Das heißt, das Thema könnte jetzt zumindestens, was den Papierkram angeht, schnell über die Bühne gehen für das Donnerstagsspiel, wo wir gleich drüber sprechen, hilft er uns nicht, weil da ist er noch nicht gemeldet. Aber zumindestens, Habemus Stürmer. Ja, es wird auch Zeit, ey. Also, was soll ich dazu sagen? Ich habe das Gefühl, ich meine, wir haben ja letzte Woche darüber gesprochen und ich auch dafür kritisiert, dass ich gesagt habe, naja, im Zweifel ist es vielleicht auch ganz gut, wenn Hübner, beziehungsweise Herr Bobic sich jetzt nicht strecken, beziehungsweise stressen lässt. Aber ich habe jetzt schon langsam das Gefühl, dass die Eintracht ohne diesen Stürmer, der jetzt auch zwingend kommen muss, einfach nicht so gut agieren kann. Und die Alternativen sind halt doch nicht so da, wie ich es mir erhofft habe. Insofern, ich glaube, es ist notwendig jetzt. Aber die Andeutung von Bobic heute war ja auch, dass es durchaus auch nach dem neuen Plan A, Bas Dost, auch noch einen Plan B gibt. Also, das ist ja nicht die einzige Variante und vielleicht ist es halt auch wirklich so, dass dann da auch noch eine zweite Personalie demnächst noch nachrücken könnte. Was ja vielleicht jetzt auch nicht so verkehrt wäre, wenn ich mir jetzt das heutige Spiel, über das wir dann auch gleich reden werden, nochmal so durch meinen Kopf gehen lasse. Ja, ganz ehrlich, diese Dost-Nummer war echt nervig, muss ich sagen. Also die Eintracht, die musst du es ja melden, weil ich glaube, Sporting, Börsen, Notetis, mussten wir es dann auch melden, dann wäre das eh rausgekommen. Von daher ist es ganz okay, dann hat der Berater nochmal quergeschossen, fand gut, dass man es da nicht hat erpressen lassen. Trotzdem ist es halt wirklich, heutzutage, wir haben es ja schon auch vorher besprochen, dass du mittlerweile jeden Schritt von so einem Transfer mitkriegst, ist echt nervig. Ja, der hat sich beim Frühstück verabschiedet, der ist jetzt unterwegs, dann kommt der nicht an, dann war es zum nächsten Tag, dann passiert wieder nichts. Ja, vor allem auch diese Meldungen dazwischen so, er ist jetzt wieder im Training bei Sporting. Ja, natürlich, er ist da ja noch angestellt, was soll er denn machen? Also nur weil ich irgendwie vielleicht den Job wechsle, kann ich ja auch nicht dem Chef sagen, ich komme Montag nicht, ich weiß nicht, ob ich einen neuen Vertrag habe, aber ich komme Montag nicht. Was ist das für ein Scheiß? Die unglücklichste Nummer ist halt, dass der einfach im Rückspiel jetzt noch nicht da ist gegen Straßburg, wo wir nachher zukommen werden. Das ist wirklich blöd gelaufen. Aber, liebe Leute, jeder, der da irgendwie denkt, das war jetzt ein kapitaler Fehler, wie man es jetzt so liest, hat Wobitsch es tatsächlich geschafft, diese Not, die Sporting scheinbar hat, ein bisschen auszunutzen. Wenn das stimmt, dass der für 6 plus 2 Millionen Nachzahlung kommt, dann ist das ein Babaschnäppchen. Wir reden hier davon, dass am Anfang ging es rum, Sporting will 20, dann hießen es 12, dann waren es 9, was wir schon geil fanden. Wenn das jetzt 6 sind, dann ist das für mich fast, wenn ich ganz ehrlich bin, dann ist das für mich gar nicht Mr. X. Dann ist das für mich Mr. Y, weil für Mr. X eigentlich noch echt Asche da sein muss. Und ich bin mir fast sicher, dass die Eintracht, wir werden unweigerlich auf Wobitsch nochmal kommen müssen, wenn Wobitsch aber geht, dann holt die Eintracht neben Dost meiner Meinung nach noch zwei Spieler. Ja, ich bin mir da fast sicher. Und zur Andeutung von Hübner, heute waren ja auch so, ja, letzte Transferwoche kann es nochmal echt heiß werden. Ich gehe da fest von aus und bin da bei Marvin oder bei dir, das wird echt nötig sein, weil vorne fehlt es halt noch. Haben wir aber auch schon die ganzen Wochen gesagt. Überleg euch mal, wie oft wir hier gesagt haben, Pacenzio Nivellich ist nicht der Arschsturm. Das hast du heute einfach gesehen, bei aller Qualität, die die beiden haben. Ja, und das ist genau der Punkt. Und ja, genau, du hast richtig gesagt, sowohl Hübner als auch Bobitsch haben eigentlich gesagt, letzte Woche ist es nochmal ziemlich wild. Da kann nochmal viel passieren. Und Hübner mit so einer nebulösen Ankündigung, ja, wir haben ja in den letzten Jahren immer in der letzten Transferwoche noch relativ gute Transfers erzielen können. Das klingt für mich danach, dass die ganz klar wissen, wen sie noch auf dem Zettel haben. Und dieses gewisse Etwas lässt mir auf jeden Fall die Ruhe. Und zwar wurde er gefragt, wie es denn aussieht, wenn jetzt der Bastos doch nicht kommen sollte aus irgendeinem Grund. Das war ja noch vor dem Spiel. Da hat er gemeint, naja, haben sie denn Plan B? Wurde er gefragt. Plan B, klar, haben wir immer. Und das ist genau der Punkt, da gehe ich auch hundertprozentig von aus. Die Eintritt braucht diese Pläne aber. Denn jetzt kommen sie de facto zum Greifen. Denn wir merken vorne, da passt es noch nicht. Die ersten beiden Stürmer, Basti hat es gerade gesagt, die haben eine Qualität, Paciencia sowieso. Aber Paciencia braucht noch diesen geilen Mitspieler. Und das wird jetzt langsam notwendig. Er hat wohl auch nach dem Spiel, das hatte der Alex gerade im Chat geschrieben, gesagt, morgen klären wir alles mit Bastos und dann schauen wir weiter. Also die sind da schon einfach dran. Die machen jetzt, wie man das halt so manchmal ganz sinnvollerweise macht, so ein Steinchen nach dem anderen in dieses Gesamtgefüge-Mannschaft rein. Und am Ende wird dann hoffentlich dieses erwartet, erwünschte Bollwerk draus. Ja, muss ich auch sagen, nichts dazu trotz, bei allem Verständnis, was ich für dieses Ding habe, weil eigentlich war es ja gut, die haben es nach und nach gemacht. Das war ja mit Hinteräggern eine lange Nummer mit Trab, war es eine lange Nummer mit Rode. Wurde alles Stück für Stück abgehakt und der Kader wurde immer, immer besser. Meiner Meinung nach ist er auch außer aus dem Sturm, sind wir echt gut aufgestellt. Es gibt den einen oder anderen Transfer, den verstehe ich nicht. Und die andere oder andere Aufstellung jetzt, muss ich aber auch gar nicht. Also mit Cor und Fernandas in der Zentrale zu spielen, ist für mich einfach trotzdem merkwürdig, weil die beide meiner Meinung nach nicht genug kicken können. Das hat man bei Cor heute auch wieder gesehen. Das ist immer noch ein Rätsel für mich, will aber jetzt gar nicht das abschließende Boot haben, weil es ist wie gesagt zweiter Spieltag. Der ist hier neu, kann alles noch kommen. Aber vorne muss ich sagen, da hat die Eintracht sich echt ein bisschen verzockt, weil man hat ganz ehrlich, dass es um Rebic Stress gibt, das war schon in der Rückrunde bekannt. Da ist schon sehr, sehr viel durchgesickert, so von wegen, dass sich mit der Mannschaft irgendwie nicht so gut war. Diese Gerüchte um ihn, wo er überall hinwechseln will, kann, soll, gibt es auch schon länger. Ja, dass man das so lange vor sich her schiebt, auch klar mit DOS, das ist jetzt eine Sondersituation. Trotzdem, wenn wir über noch einen Stürmer reden, der hätte ja auch schon da sein können. Also diese Pläne in der Schublade, so ganz verstehe ich es nicht, dass die Eintracht diesen Sommer es nicht hingekriegt hat, das ein bisschen ruhiger zu gestalten. Ich weiß nicht, woran es liegt. Es können natürlich auch Gründe sein, die die Eintracht nicht in der Hand hat, beziehungsweise auch Sachen, die nicht geklappt haben oder Sachen, die jetzt erst klappen, weil es eine Woche vorher ist und der Druck irgendwie erhöht werden kann. Aber mit diesem Sturm, mit dieser Offensive, in diese wichtigen Spiele zu gehen, halte ich für fahrlässig. Das hast du in Straßburg gesehen, das hast du in Leipzig gesehen. Das waren zwei Spiele, die hast du mit dieser Personalpolitik einfach verschenkt. Weil du hättest in beiden Spielen nur noch ein Tor mehr gebraucht und dann wäre alles easy gewesen. Jetzt hast du das Spiel unglücklich verloren, weil es vorne nicht irgendwie durchschlagskräftig genug war in Straßburg. Genauso. Und die Causa Rebic, das kann auch keinen überraschen. Und ich hoffe, wir können ja gleich nochmal gesondert über Rebic reden, weil da habe ich auch einiges auf dem Herzen. Aber das ist für mich, wenn wir über Transferpolitik reden, nicht ideal. Woran auch immer das liegt. Ich will jetzt niemanden kritisieren, zu sagen, oh, das haben die verschlafen. Wer weiß, vielleicht sind die ein bisschen zu nachlässig gewesen. Vielleicht sind es andere Faktoren, die wir nicht irgendwie beurteilen können. Trotzdem ist das, muss man sagen, bei aller Vorbereitung, die die Eintracht hatte, weil das die Büffelherde geht, haben wir schon irgendwie Angst gehabt vor einem Jahr. Da finde ich, dass, wenn immer gesagt wird, wir haben einen Plan an A, B, C, wurden die mir teilweise eventuell nicht schnell genug rausgeholt? Weil ideal ist das nicht gelaufen und da waren jetzt keine, ja, wie soll ich sagen, unfassbaren Überraschungstransfers oder unfassbare unglückliche Verletzungen, die dann dazu geführt haben, sondern das ist einfach alles ein bisschen zu langsam gegangen. Ja. Und gerade eine Personalie fehlt mir, das ist wirklich der Ersatz für alle. Also ich glaube, das ist eine ganz, ganz zentrale Figur, die du natürlich nicht eins zu eins ersetzen konntest. Aller ist der Stürmer, auf den sich so viel konzentriert hat, der aber auch so ein Können hatte. Und der fehlt uns jetzt echt brutal. Das ist, das kann man nicht anders sagen. Und tut mir leid, wenn jetzt irgendwie Leute sagen, komm, wir haben doch gewusst und jetzt heult man nicht rum. Nein, Leute, der Allertransfer, das ist, der hat sich irgendwo angekündigt, das war klar, aber den hätten wir früher besser abfangen müssen, denn das Problem ist, und ich weiß, ja, es kommen viele Dinge hinzu, du weißt nicht, wen Bobic schon fast verpflichtet hat und dann hat es wieder nicht geklappt. Die halten da ja echt alle gut dicht. Es können so viele Dinge passieren. Fakt ist aber, dass dieser Spieler, über den wir sprechen, es ist ja nicht Bastos, Bastos ist nicht der typische Allertspieler. Das haben wir in den letzten Wochen, glaube ich, klar herausgestrichen. Aber, dass diese Personalie nicht ersetzt wurde und auf der anderen Seite, dass die uns jetzt halt bei dem richtig wichtigen Ding in Straßburg fehlt. Beziehungsweise nicht in zum Glück, sondern nur gegen Straßburg. Weil nochmal ein Hinspiel, nochmal in Straßburg wäre doppelt schlimm, weil da hat man schon am Donnerstag gemerkt, welche Stimmung da herrscht. Ich finde es aber auch. Ich finde, das ist auch so, das ist sehr komplex, finde ich, weil ich habe auch, genauso wie du, als jetzt auch gerade, als man gesehen hat, der macht ein Fahrrückziehertor, der macht zwei Tore für West Ham und scheint wieder da einigermaßen gut angekommen zu sein. Ist ja auch ein geiler Typ, machen wir uns nichts vor, ich liebe den immer noch, also ich finde den richtig geil. Mir blutet so ein bisschen das Herz. Es fühlt sich so ein bisschen an, als wenn deine Ex-Freundin irgendwie ein Haus gebaut hat und hat einen Billertisch und was weiß ich was. Stehst so ein bisschen blöd da. Nichtsdestotrotz muss ich sagen, ich weiß gar nicht, ob die Haller ersetzen werden und ob die es wollen. Weil man muss auch bei Haller auch sagen, das hat trotzdem auch einen Rattenschwanz gehabt. Wenn er nämlich dann nicht da war, ging gar nichts. Ich habe das Gefühl, dass Hütter das nicht mehr will. Ich habe das Gefühl, du hast jetzt mit Dost und Paciencia zwei größere Stürmer, die natürlich auch unterscheiden und Dost ist einfach ein Striker. Und eigentlich, das Duo Dost und Rebic wäre eigentlich schon geil. Einer läuft ja ein bisschen rum, da lässt ihn wieder mehr verfallen, macht irgendwelche besonderen Sachen und der andere trifft einfach nur, weil er von den Außen bedient wird. Ich kann mir vorstellen, dass Haller gar nicht ersetzt werden will. Muss ja als Spielertyp gar nicht. Aber was du sagst, ist genau das. Diese Wucht, die Haller auch hat, die hast du einfach nicht ersetzt, obwohl du schon wichtige Spiele hattest. Kann ja sein. Ich habe trotzdem das Gefühl, dass die Eintracht-Straßburg ein bisschen auf die leichte Schulter genommen hat. Ich habe gedacht, die haben gedacht, gut, wir lassen die jetzt mal verhungern. Wir handeln die jetzt nochmal um zwei Millionen runter. Und gegen Straßburg klappt es schon irgendwie. Und das ist eben nicht, und in Leipzig genau das Gleiche. Das ist trotzdem, Leute, ein Bundesligaspiel. Und da spielen Paciencia und Juwelic von Anfang an. Das kann nicht der Plan gewesen sein. Und Kamada kann auch jetzt nicht der Plan gewesen sein, dass er absolut das Stammspiel ist, weil wir bis vor ein paar Wochen wollten, müssen wir den noch abgeben. Es kann der Plan nicht gewesen sein. Der hat sich ja ursprünglich viel besser entwickelt, als man es gedacht hätte. Das meine ich ja. Und das ist genauso auch wie bei Juwelic. Und auch kein schlechter Stammspieler. Ja, klar, logisch. Aber das kann ja nicht der Plan gewesen sein. Ja, das stimmt schon. Genau, das ist nämlich genau der Punkt. Juwelic war für uns doch ganz klar als Backup eigentlich als Regroater-Ersatz. Seien wir doch mal ehrlich. Genau. Und der Plan hat diese Position. Mehr kannst du dem auch nicht aufhören. Ja, und dann spielt er plötzlich gegen fucking Red Bull Leipzig. Und das hat er aber gar nicht so schlecht gemacht. Darum geht es ja nicht. Aber es geht darum, dass du normalerweise eine andere Position, beziehungsweise jemanden in der Position da haben hättest sollen, der anders ist, der reifer ist und der diese Striker-Fähigkeiten schneller hat oder dementsprechend den Ball besser abschämt und eine andere Wucht mit ins Spiel bringt wie Allaire. Okay, es kann gut vollkommen sein. Nein, da stimme ich dir zu. Es kann durchaus möglich sein, dass diese Ein-Mann-Fixierung bezüglich Allaire in Zukunft nicht mehr gewünscht ist. Alles gut. Trotzdem brauchst du halt noch mehr und du brauchst noch mehr, damit Juwelic der geile Dax sein kann, der in den 70. Mal reinkommt und den überraschenden Ausgleich macht, aber nicht an dem alles hängt. Und genau das ist es. Und ich meine trotzdem, das kann nicht der Plan gewesen sein. Das ist das, was mich ein bisschen verwundert. Wie gesagt, ich trenne das nochmal. Ich will niemanden jetzt irgendwie angreifen und sagen, das ist Bobic seine Schuld, wie die FR das schon wieder in ihrem Frustgeschreibe macht. Davon will ich gar nichts wissen. Es geht nur darum, festzuhalten, dass das, was gerade ist, das kann nicht der Plan gewesen sein, beziehungsweise hoffe ich, dass es der Plan nicht gewesen ist. Egal wie dieses Nicht-Zustande-Kommen-Zustande-Gekommen ist. Ich greife schon wieder ganz tief in die Dritte. Dass Nicht-Zustande-Kommen-Zustande-Gekommen ist. Ja, und dann, aber trotzdem, wie gesagt, nochmal, wir spielen jetzt am Donnerstag zu Hause in Straßburg. Und die Transfers sind einfach noch nicht so, weil wir müssen jetzt mit diesem Material auskommen und wir müssen jetzt auch damit leben, wahrscheinlich, dass Rebic nicht mehr spielt. Keine Ahnung, ob er wegen Verletzungen oder weil er wechselt oder beides. Auf jeden Fall macht es mir schon ein bisschen Bauchschmerzen, zu sagen, okay, Juwelic und Paciencia müssen das irgendwie regeln. Das finde ich trotzdem nicht optimal geplant, wenn die Leute nämlich, und Krabb hat es heute nach dem Spiel auch gesagt, wenn das wichtigste Spiel des Jahres jetzt erstmal bevorsteht. Und das ist ja schon was. Also da geht es auch, das ist auch ein Spiel rein um Geld. Also zu denken, Gruppenphase erreichen, gibt es jetzt schon mal 5, 6, 7, 8, 9 Millionen Euro. Und dann zu denken, ja, das machen wir schon mit Juwelic, der ist hier gerade neu und Paciencia, der ist auch übrigens noch nicht immer längeren Zeitraum bewiesen hat, bei aller Qualität, die er mal reinbringt, wenn er als Joker kommt. Und bei den späten Toren, die er macht, der hat nicht gut gespielt teilweise heute, machen wir uns nichts vor. Und bei ihm weiß man auch noch nicht, ob er das auf Sicht leisten kann. Dass wir mit diesem Sturm jetzt in dieses wichtige Playoff-Spiel gehen, das macht mich schon ein bisschen nervös und macht mich auch heute beim Leipzig-Spiel ärgerlich, weil mit einer fertigen Kaderplanung hätten wir dieses Ding heute mindestens unentschieden gespielt. Da bin ich mir sicher. Also die Eintracht hat schon, man muss mich mal festhalten, das war nicht so schlecht heute. Also alles außer der Sturm war nicht so unfassbar schlecht. Klar, ein Abwehr, ein paar Wackler, aber trotzdem war das so, dass du das Gefühl hast, da ist ein echt gutes Fundament. Nur vorne fehlt es halt teilweise, aus bekannten Gründen. Das geht auch gar nicht gegen die Leute. Das müssen nämlich nicht die Leute, ich meine, die Leute können es ja nicht werden. Die Kamada und Juwelic sagen ja nicht, bitte stell uns nicht auf. Also das ist ja klar. Nichtsdestotrotz musst du ja wissen, dass wenn du Kamada, Paciencia und Juwelic vorne hast, von denen nicht einer schon bewiesen hat, dass er es über längere Zeit und er konstant und zuverlässig liefern kann. In der Bundesliga, ja. Ja, also das finde ich merkwürdig. Das finde ich wirklich merkwürdig. Und wenn du gerade wie in Straßburg auch, dann wechselt der Ribbisch in der Halbzeit aus, bringt Paciencia, dann kannst du in der Schlussphase gar nichts mehr machen. Ja. Das finde ich schon ein bisschen, das ist nicht ideal. Wie gesagt, keine Schuldzuweisung, ich finde trotzdem den Ist-Zustand so zu beschreiben, macht mich schon ein bisschen traurig und wütend, weil es jetzt am Donnerstag auch keine, also wir können keinen mehr da jetzt, egal was jetzt mit Dost, ob er jetzt wirklich morgen irgendwie hier mit der Kutsche in die Stadt reinkommt und egal was, wie viele Verträge unterschreibt. Fakt ist, am Donnerstag müssen wir mit diesem Material auskommen. Das kann natürlich reichen. Ich finde es trotzdem in der Planung fahrlässig. Sollen wir dann jetzt mal über Straßburg ein bisschen mehr im Detail reden, nachdem ihr das ja schon immer mal wieder so ein bisschen gestreift habt. Ja, können wir machen. Also das Spiel an sich war im Grunde geprägt von zwei völlig diversen Halbzeiten, habe ich das Gefühl gehabt. In der ersten Halbzeit hat mir extrem viel gefehlt. Straßburg überrennt die Eintracht, hat gleich mehr an Chance und war viel Wache. So ein bisschen wie wir Hoffenheim überrannt haben. Im Endeffekt, ja, im ersten Saisonspiel hat Straßburg mit den Fans im Rücken, mit dieser sehr tollen Kulisse, gleich mal gezeigt, was natürlich Sache ist. Ich fand, sie haben das aber auch vom System und von der Aufstellung her sehr clever gemacht, weil der Trainer halt einfach mal vier Offensivkräfte aufgestellt hat, die halt unsere Dreierabwehrreihe da hinten, die ja dann aufgrund des Spielsystems sehr weit auseinanderstanden. Wir wussten halt überhaupt nicht, was wir mit denen machen sollen. Ja, du warst aber auch nicht wach. Du bist nicht gar nicht so richtig ins Spiel gekommen. Das ist das Problem auch. Ja, das kommt noch hinzu. Aber dass du halt auf der anderen Seite auch jemanden hast, der taktisch sehr genau wusste, wie er dieses System in der ersten Minute mit sehr aktiven und auch, wie ich fand, viel willensstärkeren und galligeren Spielern, als wir sie auf dem Platz hatten in der ersten Hälfte, halt so gnadenlos auseinander nimmt. Ja, das ist richtig. Also das war so die erste Halbzeit, bei der ich gedacht habe, oh Gott, oh Gott, oh Gott, das passt mir hier gar nicht. Ich habe auch echt kaum Ansätze von uns und der Offensive gesehen, da war viel Fahriges dabei und natürlich einige Spieler, die überhaupt nicht an ihr Leistungsmaximum gekommen sind. Ja, und in der zweiten Halbzeit sah es ja dann zum Glück ein Stück besser aus. Ich muss, ich muss, das war für mich völlig unverständlich, also zu denken, weil man macht uns nichts vor, aber Straßburg war nicht so gut. Also die Eintracht war wirklich schlecht. Ich fand jetzt nicht, dass Straßburg das sehr, sehr gut gemacht hat. Klar haben die das Publikum da gehabt und natürlich, wenn die über die Außen gelaufen sind, dann ist das Publikum da gewesen. Das motiviert dich als Spieler, du hast es schon gesehen. Aber dann wurschteln die so ein Gurkentor da rein. Das war sehr, sehr ohne Not, würde ich sagen. Ja, ja, klar. Dann formuliert es anders, sie waren jetzt nicht gut, aber sie waren halt einfach motivierter, als wir es waren. So, das ist genau das, was mich am meisten irritiert hat. Was ist das denn? Also, ich meine, ganz ehrlich, hätten die sich jetzt irgendwie einen Rausch gespielt und führen zu halb der 1-0 und die Eintracht, wie wir es schon auch befürchtet haben, dass die Kulisse plus eine gute spielerische Leistung so einen Mischmasch abgeben können, wo es dann am Ende dich überrollt. Klar, das kann immer passieren, das kennen wir, haben wir schon alles gesehen. Das ist in Mannheim zum Beispiel passiert. Das kann auch immer passieren. Nur, wenn das eben nicht so ist, das Publikum ist zwar da und die Mannschaft ist motiviert, aber denen ist auch nicht viel eingefallen. Ganz ehrlich, die hättest du so locker wegmoderieren können, diese Mannschaft. Das hast du doch in der zweiten Halbzeit dann auch gemerkt. Eben. Hast du in der zweiten Halbzeit bei dem Wechsel gemerkt, dass zum Beispiel Gacinovic raus, und Rebic raus und dafür neue Kräfte rein, dass wir die plötzlich eigentlich auch in der Abzeit, Beginn der zweiten Halbzeit, richtig hätten weich kochen können. Und das Einzige, was uns da gefehlt hat, ist derjenige, der die Dinger auch sicher einschweißt. Und das ist halt genau der Punkt. Das hat uns riesig gefehlt, dass wir sogar die Chancen erarbeitet haben. Ja, in der ersten Halbzeit haben wir kaum die Chancen erarbeitet, in der zweiten haben wir sie erarbeitet. Aber dann muss halt ein Kamada auch mal die Dinger einschweißen. Und das ist genau das Ärgerliche. Sonst, dann gehst du ohne Problem mit dem 1-1 da raus, weil in der zweiten Halbzeit waren die Straßburger gar nicht mehr präsent. Die waren nicht drückend, krank, fertig, furchtbar überlegen. Nee, die haben den Hype zwar mitgenommen, aber in der zweiten Halbzeit ging gar nichts. Ja, gegen den auch so ein Stück weit die Puste aussah. Ja, das ist eine schlagbare Mannschaft. Das hat schon einen Grund, warum die auch nur Elfter in der letzten Saison wurden und jetzt aktuell auf der 13 stehen. Natürlich, ja, der Thomas hat freut sich, dass er sein Tor gemacht hat. Übrigens, ja, jubelt er bei uns in der Kurve. Was bist denn du eigentlich für ein Typ? Welche Beziehung hast du eigentlich zu Frankfurt-Eintrag, dass du jetzt einen Molli gemacht hast? Ey, hab ich mir auch gedacht, was ist Lust mit dir? saulächerlich. Er ist nicht richtig geärgert. Jubelt er da bei uns an der Kurve? Mann, Mann, Mann. Aber gut, sei es drum. Dann ist es dann im Endeffekt so, machen wir das früher 1-1, läuft die Sache halt ganz anders. Und das Ärgerliche ist, dass wir es nicht gemacht haben. Ja, und die Möglichkeiten, wie du schon sagst, wären ja durchaus da gewesen. Also, ich fand einfach ganz bemerkenswert, wie, und das hat sich in dem Ding halt auch wieder gezeigt, weil der Alex hat so gerade im Chat geschrieben, wie wichtig ein fitter Rode momentan im Mittelfeld ist. Das war eine komplett andere Mittelfeld-Situation, die du mit dem Spieler da drin hattest. Aber das kann auch nicht überraschend kommen. Was denkt Hütter sich, wenn der Kor und Fernandes aufstellt? Ja. Dann steht er draußen und denkt, oh, wo ist denn Spielkultur? Ja, Leute. Also, das wundert mich immer noch. Sorry. Also, ich fand es sehr, sehr merkwürdig, muss ich sagen. Teilweise, was die, was ich jetzt euch gerne nochmal fragen würde, bevor wir die erste Halbzeit abschließen. Das war aber nicht Kor und Fernandes, es war Toro und Fernandes. Oder Toro und Fernandes, sorry. Nein, aber ich meinte trotzdem, dass wenn du Fernandes stellst und dann einen daneben hast, der wirklich, und selbst Rode reicht mir da auch nicht aus, aber egal, da haben wir andere Meinungen. Die Sache ist die, was denkt ihr denn zur, zur, zur Kausariewicz? Also, ich habe viele gehört, die gesagt haben, die Mannschaft war erleichtert, dass er nicht mehr da war und hat deswegen so gut gespielt. Das glaube ich zum Beispiel nicht. Ja. Also, machen wir doch erst einmal die Fakten komplett. Er ist zur Halbzeit ausgewechselt worden, wie sich im Nachhinein gezeigt hat, oder gesagt wurde vom Trainer Hütter, hätte er ihn so oder so auswechseln wollen, weil er eben mit der Leistung nicht zufrieden war, aber Rebic muss wohl selbst auch zu ihm im Kabinengang gekommen sein und gesagt haben, er möchte bitte ausgewechselt werden. Und die Aussage von Trapp war ja auch im Nachhinein auch so von wegen, ja, hier irgendwie Einstellung, dies, das, wobei man auch sagen muss, die Einstellung der kompletten Mannschaft war in der ersten Hälfte halt einfach nicht, nicht da. Das würde ich jetzt gerne zur Diskussion stellen, weil alle haben sich wieder auf Ante Rebic geschützt, natürlich teilweise auch zu Recht, aber kann es sein, dass die Einstellung in der zweiten Halbzeit so viel anders ist, wenn ein Spieler weg ist und die Trapp, und vielleicht müssen wir es doch nochmal trennen später, was Hütter und Trapp zu Rebic gesagt haben, aber dass eine Mannschaft dann wegen einem Spieler so ein anderes Gesicht hat, das kann ich mir nicht vorstellen. Also das fällt mir bedenklich auf. Ich glaube, das kann eigentlich nur insofern funktionieren, dass du sagst, dass du den Spielertypen wegnimmst, außerhalb des, also dass du den aus dem Spiel separierst, was dann bedeutet, dass ein anderer, der für ihn reinkommt, anders arbeitet. Also dass, dass du vielleicht das Gefühl hattest, dass wenn Rebic auf dem Platz ist, dass du in der Defensivbewegung halt mit einem Mann weniger bist. Sowas kann ich mir vorstellen, dass das jetzt die ganze Chemie belastet innerhalb eines Teams. Ich glaube, das passt für mich nicht so ganz, weil eine Woche vorher oder zwei Wochen vorher macht er dann irgendwie drei entscheidende Tore und dann jubelt dann auch wieder jeder. Ich glaube, also das, ich glaube, da wurde sich zu voreilig darauf gestürzt beziehungsweise irgendwie einen Ausweg gesucht. Ich glaube, Hütter sieht es zwar nochmal anders, dass ein Trapp dann irgendwie unzufrieden ist, weil er merkt, dass sein wichtigster Spieler, Fakt ist ja, Rebic ist der Mann, mit dem meisten können. Und ich glaube, manchmal erhoffen sich dann die Spieler von diesem Können mehr, aber man weiß halt, dass Rebic derjenige ist, der es zwar kann, aber diese Magie halt nicht immer auf den Platz bringt. Und dann ist man vielleicht selber enttäuscht. Aber ich glaube, dass sich alles nur an einem Spieler festmacht, halte ich ein bisschen für zu gewagt oder fast eine Ausrede, weil ich meine, da sind immer noch zehn andere auf dem Platz, die dürfen auch ruhig rennen. Also ich kann mir durchaus, da waren ja zwei Fragen. Die eine Frage ist, kann ein Spieler komplett irgendwie alles beeinflussen und war das hier der Fall? Ich kann mir durchaus vorstellen, dass die Art und Weise oder auch der Charakter oder die Einstellung von einem Spieler schon so ein komplettes Mannschaftsgefüge beeinflussen kann. Aber das hättest du über einen längeren Zeitraum gemerkt. Und wie Marvin so richtig sagte, in den Wochen davor und in den Spielen davor war das nicht der Fall. Und das kann jetzt nicht von einem Spiel auf das andere in dem Maße aus- oder umschwenken, dass halt wirklich einfach komplett die ganze Mannschaft keinen Bock hat, auf den zweiten Ball zu gehen. Und das war in der ersten Hälfte der Fall. Wir sind nie auf den zweiten Ball gegangen. Es hat uns einen feuchten Pups interessiert, ob der Gegner den Ball erobert oder nicht. Ja, das ist genau der Punkt. Und ganz ehrlich, ich muss auch sagen, bevor ich jetzt immer nur Rebic kritisiere oder höre, dass er kritisiert wird, muss ich auch sagen, dass mir zum Beispiel auch von Toro überhaupt nicht gut gefallen hat. Ich habe sehr, sehr viele Fehlpässe gesehen. Nicht nur von Toro, aber von sehr vielen anderen Spielern auch. Und da muss ich auch noch sagen, ja, aber das hängt doch nicht alles noch an Rebic. Also da war in der ersten Halbzeit von allen einfach zu wenig da. Ist ja schön, dass man es dann auch in der zweiten Halbzeit dann auf den Platz bringen konnte. Vielleicht mit einem geänderten System. Vielleicht sind auch andere, die... Vielleicht mit Rebic aber noch besser. Ja, genau. Das weiß man halt nicht. Ja, und ich glaube, alles fokussiert sich gerade zu sehr auf diese Person. Ja, und das nervt mich auch krass, ehrlich gesagt. Ich fände es auch bedenklich, wenn die Mannschaft das so sehen will. Und Trapp, das hat mir nicht gepasst, was er nach dem Spiel gesagt hat, muss ich sagen. Er denkt zwar, dass er dann seine Führungsrolle irgendwie ausfällt, aber das macht man so nicht. Wenn er diese Meinung hat, schnapp dir den in der Kabine, schrei den an, was weiß ich, ich mache, was du willst. Ja, das fand ich halt auch... Nee, fand ich auch. Also da haben sich sowohl Trapp als auch Hütter zu sehr und zu schnell von dem Moderator, wie nennt man das? Moderator, Interview, Reporter, Reporter ist, glaube ich, der richtige Begriff, zu schnell abkochen lassen. Ich meine, das ist ja klar, dass der merkt, dass da irgendwie was drinsteckt und dass der dann die Frage da nochmal irgendwie nachfasst und versucht, da irgendwie reinzugehen. Aber es wäre doch ein leichtes gewesen zu sagen von wegen, nee, wir haben als Mannschaft heute einfach scheiße gespielt. Wir sind ein Team, wir gewinnen zusammen, wir verlieren zusammen, so wie es Hütter dann zwei Tage später auf der Pressekonferenz gemacht hat. Da kann ich doch eigentlich von einem mediengeschulten Profi, der von sich selbst behauptet, er hat hier eine Führungsrolle oder will seine Führungsrolle wahrnehmen, das halt dann auch tut und sagt von wegen, nee, nee, nicht einer. Ich war kacke, die anderen waren kacke, wir haben das zusammen irgendwie versaut und nächste Woche müssen wir hier das Ruder rumreißen und dann in der Kabine halt hingeht und sich denjenigen vorknüpft. Eigentlich von beiden an der Stelle erwarten. Ja, finde ich auch. Also von Hütter würde ich das nochmal separat ganz gerne betrachten. Da habe ich schon das Gefühl, dass er halt noch eine andere Position hat, das dann dementsprechend auch anders kundtun kann. Ich habe, ehrlich gesagt, bei Trapp so ein bisschen geärgert, weil ich ehrlich gesagt auch in dieser Saison noch darauf warte, dass er auch, ja, ich weiß ein bisschen viel ist, aber dass er auch diese Leistung zeigt, bei der ich sagen würde, okay, jetzt hat er sich auch so ein Plapperrecht irgendwie auch verdient. Er ist jetzt auch nicht federfrei. Das war er noch nicht. Nein, das ist es ja. Und das war er auch heute beispielsweise. Nicht gegen Red Bull. Den zweiten Ball, ey, den musst du eigentlich, kannst du auch mal halten, kannst du auch mal deine Füße irgendwie zuhalten. Also da sind auch unglückliche Dinge. Ja, und da sind echt unglückliche Dinge. Und das ich weiß, da reflektiert er dann auch selbst und so. Aber es ist dann halt auch, das fällt dir halt auf die Füße, wenn du dann irgendwie deinen Gegenspieler irgendwie ein bisschen platt machst. Ey, ich weiß, wir wissen nicht um die Probleme. Keiner von uns weiß um die Probleme intern bezüglich Rebic. Es scheint irgendwas am Brodeln zu sein. Aber dann kann ich auch, auch, aber ja, aber dann kann ich auch meinen Spieler, meinen Mitspieler eigentlich auch in Schutz nehmen und kann sagen, wissen Sie was, jeder hat mal Probleme, wir klären das intern, das hat die Eidol ausgezeichnet. Bäm, ist die Sache vergessen. Dann drehe ich das doch ins Positive rum. Dann muss ich doch nicht jemanden vor die Wand stellen, oder? Und das ist genau das, was ich meine. Du, Marvin hast ja gesagt, ich glaube, mittlerweile können wir uns sicher sein, dass es intern mit Rebic Probleme geht, in der Mannschaft auch. Die Sache ist die, wie geht man dann damit um? Müssen die den so vor den Bus werfen oder kann man das nicht viel souveräner machen, zu sagen, ey, dann sag einfach gar nichts dazu. Sag, ja, wir werden die Probleme intern ansprechen. Diese ganzen Floskeln, über die wir uns eigentlich immer beschweren, aber die kannst du ja an dieser Stelle rausholen. Ja gut, aber du weißt halt wirklich nicht, was dahinter steckt. Marvin sagt das gerade. Das ist egal. Selbst wenn der Rebic irgendwie, weiß ich nicht, Trab in die Schuhe gepisst hat, das macht man trotzdem nicht. Das ist ja gut. Ja, das macht man nicht. Ja. Geil, was da passiert, macht man es nicht, dass man als Torwart, sich als Mitspieler hinstellt und sagt, ja, manche werden schon wissen, bla. Und ich finde, Marvin wollte es ein bisschen trennen. Ich kann auch verstehen, warum. Ich muss aber auch sagen, ich finde es von Hütter auch schwach. Ich finde es von Hütter schwach, dass er, gerade weil er weiß, um diese mediale Scheiße, die passiert jetzt schon seit dem Mannheim-Spiel die ganze Zeit lustlos Rebisch und lustlos Stimme. Instagram! Das Instagram wird, also die wissen ja auch um diese ganzen Gemengelage und die wissen um seinen etwas anderen Charakter, sag ich mal, in gewissen Situationen, wenn es stressig wird. Dass ein Trainer sich dann hinstellt und den namentlich erwähnt, weiß ich nicht. Das ist für mich, keine Ahnung, Pädagogik, 70er Jahre, Herrbergs Vater, Österreich auf der Alm, Alter. Weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob das ideal ist, muss ich sagen. Da muss ich, das fand ich auch nicht gut von Hütter. Ich fand es nicht gut, dass man genau in diesen Brand, der eh schon spielt, einfach auch nochmal Feuer reingießt, gerade wenn man weiß, in was für einer Position man ist. Der weiß doch, was er als Trainer, was für seine Worte, für ein Gewicht haben. Und natürlich, Leute, der soll das natürlich ansprechen. Der muss den auch, ganz ehrlich, und dann sagt er dem, weißt du was, Digga, wenn du so spielst, dann sitzt du in Leipzig auf der Bank. Das ist ja das Instrumentarium, was ein Trainer hat. Ja, genau. Zu sagen, ey, ganz ehrlich, deine Einstellung hat mir nicht gepasst, Juvelic hat sich im Training besser gezeigt, tschau. Das kannst du auch dann so kommunizieren, sagen, ja, Juvelic hat besser trainiert, Rebic, da fehlt es noch an denen und der Stelle, anstatt ihn so vor den Bus zu werfen und diesen ganzen Spekulationen, die natürlich jetzt kamen. Und der Eintracht und der Hütter brauchen sich auch jetzt nicht wundern, wenn jetzt kommuniziert wird, die ja Galzinovic und Rebic sind angeschlagen und deswegen nicht im Kader, dass das keiner mehr glaubt. Beziehungsweise, selbst wenn es stimmt, die Leute anfangen zu zweifeln. Ich finde diese Kommunikation, egal was Rebic gemacht hat, nochmal, egal was er gemacht hat, Konsequenzen kannst du immer ziehen, dann verkauf ihn, dann lass ihn nicht spielen, gib ihm Straftraining, schrei ihm vor der ganzen Mannschaft an, mach Einzelgespräche, aber das öffentlich so zu machen, weil die Öffentlichkeit das sowieso schon macht, dieses meiner Meinung nach trotzdem Denkmal zu beschädigen, finde ich nicht in Ordnung, gerade wenn man weiß, was er für ein Typ ist, Leute. Als ihr den geholt habt, liebe Eintracht, wusstet ihr, was für eine Wette das ist und ihr wusstet auch, egal wie gut es manchmal läuft, dass das immer wieder mal wiederkommen kann und ich hab das Gefühl, die Eintracht kann damit momentan nicht umgehen und das erschreckt mich, muss ich sagen, weil eigentlich fällt die Eintracht sich so wie die Fans und von Fans, denen kannst du das unter Emotionalität, da gibt es immer verschiedene Meinungen, immer Diskussionen, Stammtisch, bla bla bla, auch wir diskutieren hier einfach manchmal mit Sachen, wo wir einfach alle nicht alles wissen, aber das ist die Eintracht, Leute, dass die sich daran beteiligt haben, fand ich echt nicht gut. Ja, und darauf will ich jetzt auch noch mal ganz kurz zu sprechen kommen, denn das hatte ich vor ein paar Wochen hier schon mal angedeutet, als es um die Transfers ging. Ich hab das Gefühl, dass die Eintracht ein bisschen, wie soll ich sagen, eine Strategie fährt, die so ein bisschen, ja, die den Kader so, straighten out, wie soll ich das am besten formulieren, die den Kader auf Linie bringen will. Weißt du, was ich meine? Mit Core, Durm und so, genau, mit, 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 Core, Durm, also, die halt jetzt nicht für die feine Klinge stehen, aber halt gleichzeitig keinerlei charakterliche Unwägbarkeiten haben, ne? Und das ist das Gefühl, was ich habe, dass Hütter genau das sehr gerne hat, dass Hütter gerne diese Spiele hat, die ihm da auch bedingungslos folgen und das, äh, ich glaube auch im letzten Jahr schon die eine oder andere Schwierigkeit mit Rebic gab, aber du hattest den Kader, der auch, äh, mit, mit Alea halt auch eine gewisse Qualität halt nochmal hatte und Jovic auch, dass du gesagt hast, du gehst damit, du kultivierst es noch, weil die alle drei sich im Grunde nochmal ein bisschen bereinigen und auch wahrscheinlich in Balance bringen, dadurch, dass halt zwei Drittel jetzt weggefallen sind, äh, und Rebic als allein fluktuierender Geist hier rumschwirrt, ist es, glaube ich, schwieriger für Hütter, gerade weil er das Ziel hat, eigentlich alle mehr auf seine Linie zu bringen und ich glaube, da passt Rebic immer weniger rein, genauso auch Gacinovic und, ähm, ich weiß nicht, ob uns das, und das, das will ich nur mal zu Bedenken geben, das ist überhaupt kein Fakt, das will ich nur mal überlegen, ob das der Weg ist, in den wir einschlagen sollten, weil ich glaube, wir berauben uns ein bisschen dieser spielerischen, äh, ja, Magie, denn das ist das, was ich auch jetzt heute wieder gesehen habe, dass das alles gute Anlagen hat, aber dass ich mich jetzt gleichzeitig wieder in Ausflüche begebe und sage, ja, das waren gute Anlagen, wir sahen ja gegen Leipzig gut aus, das habe ich halt auch zur Funkelzeit schon gesagt und das ist jetzt nicht böse gemeint, aber genau das habe ich zur Funkelzeit gesagt, wenn wir gegen die Bayern 2-1 gespielt haben oder 1-2 verloren, aber wir haben ja gut gespielt, also wir konnten ja fast miterhalten, naja, dann wird es ja vielleicht beim nächsten Gegner was und das war eine super Mittelmäßigkeitssituation, aber das ist halt wieder ein anderes Niveau und das ist nicht mehr das Niveau, was wir letzte Saison haben. Ich habe gerade so eine Überlegung, könnte diese Aussage von Hütter vielleicht auch deswegen getätigt worden sein, wie du schon sagst, er will vielleicht den Kader da so ein Stück weit auf Linie bringen und er würde gerne, dass Rebic sich einen neuen Verein sucht und es gibt vielleicht auch Angebote und er will nicht und das war jetzt so nochmal der ganz öffentlich gemachte Wings so nach dem Motto, ey, ich will dich ja eigentlich gar nicht haben, Nee. Ja, aber ganz ehrlich, das kannst du auch anders machen, du kannst ja zum, dann gehst du zu Bobic und sagst hier, der passt nicht mehr in mein System und meine charakterliche Struktur, verkauf den, also und Ja, aber da gehören ja immer zwei Parteien dazu, dann hast du irgendwie ein Angebot von dem Verein und Rebic sagt von wegen, ja, aber ihr könnt mir jeden Vertrag hier hinlegen, den er will nicht Nein, Rebic will ja wechseln, also das ist komplett ein falscher Ansatz, Rebic würde gerne wechseln, das wurde ja auch bei Bobic klar am Ende des Interviews jetzt, was er heute bei Sky gegeben hat, war klar, Rebic würde sich gerne verändern, das war eigentlich, das war so ein bisschen durch die Blume, er würde sich gerne verändern, es gibt wohl auch Angebote, aber, und das ist genau das Gleiche, so ein bisschen wie bei Hinteregger und Augsburg und der Eintracht, dass es so war, dass anscheinend die finanziellen Rahmenbedingungen noch nicht so sind, dass Bobic zustimmen kann, so hat sich das angehört und gerade mit dem Ausflug am Ende kann noch viel passieren im Transferfenster, für mich klingt das so, die Eintracht will einen Betrag X, niemand ist bislang bereit, dazu den Betrag X zu bezahlen, Rebic würde aber gern so oder so wechseln, ist dementsprechend ein bisschen stinkig und dadurch gibt es noch mehr Konflikt innerhalb dieser Gruppe, wahrscheinlich ist noch viel mehr passiert, aber das ist das, was ich mir so vorstellen kann, ich glaube, das wäre auch extrem unprofessionell von Hütter, das so zu regeln, wie du jetzt eben vorgeschlagen hast. Ja, trotzdem, nochmal, selbst wenn das alles so ist und noch mehr irgendwas passiert ist, dann kommen wir jetzt hier bitte nach innen und lasse, ich freue mich diese Diskussion um ihn nicht, weil er ja trotzdem auch ein Typ ist, der die nicht so gut aufnimmt. Also du musst, Kovac hat Rebic schon besser im Griff, wenn Hütter nicht der Typ ist, dann ist das auch okay. Da muss der uns sagen, ey, okay, das ist nicht mein Spielertyp, ich habe lieber den anderen, ist ja in Ordnung. Genau, genau. Die Sache ist, kommen wir jetzt hier ist aber nicht so, weil trotzdem Rebic hier ein Standing hat, Rebic viele, ja, ist doch trotzdem nur ein Publikumsliebling, ist ein Unterschiedsspiel auch. Man darf nicht, bei Rebic auch nicht denken, das ist kein Maskottchen, das ist, der hat eine absolut brutale Qualität, ist unser bester Spieler mit Kostic zusammen. Die Frage... Geht mir auch so ein bisschen auf den Sack, sorry, wenn ich da kurz einlage, aber es geht mir auch so alles ein bisschen auf den Sack, weil ich höre, wie auch da gebasht wird und da eingeschlagen wird. Ich habe manchmal das Gefühl, dass wir generell total vergessen, was auch so wackelmütige Genies manchmal leisten. Ja, natürlich hat es nicht die Konstanz, sonst wäre er nie zur Eintracht gekommen. Fakt ist aber, dass er eine der ganz maßgeblich prägenden Figuren war, die uns den Pokalsieg gegeben haben und beziehungsweise die auch maßgeblich dafür verantwortlich waren. Das heißt, dass eigentlich ist er fast auf einem Status, natürlich war er nicht so lang da, aber für mich ja dann so einen Mini-Kotcher-Status, weil es davor einfach niemanden gab, der diese Genialität auch mal wieder auf den Platz bekommen hat. Davor mit wie vielen Ignowskis und André Wiedners wir zu tun hatten. Und jetzt kommt mal jemand, der halt mal ein bisschen mehr Qualität hat. Dann will ich auch, dass damit anders umgegangen wird. Nee, ganz ehrlich, die Eintracht muss auch machen, weil am Ende muss die Eintracht die Kapital schützen. Zu denken, okay, wenn wir den verkaufen, aber mit der Tag, die die Eintracht gerade fährt, werden aus diesen 40 Millionen irgendwann 28, weil dann jeder froh ist, dass er überhaupt weg ist, beziehungsweise am Ende leihen wir ihn noch irgendwo aus und kassieren die 5 Millionen Leihgebühr und was weiß ich was, weil es irgendwie nicht mehr geht. Das finde ich sehr, sehr merkwürdig. Ich finde es auch, Eintracht wirkt auf mich darauf ein bisschen unvorbereitet, muss ich sagen. Und das ist das, was mich wundert, weil die schieben diese Causa-Rehmig immer weiter vor sich her irgendwie. Wie gesagt, wir wissen nicht, was da ist, aber die Situation ist jetzt auf jeden Fall nicht optimal. Also es ist nicht optimal und ich habe dann genau dieselben Gedanken gehabt wie Marvin und dann wollte ich aber nicht zu sehr in die Richtung gehen, weil Hütter ja trotzdem ein S. Wir dürfen nicht vergessen, Hütter hat Kostic auch hinbekommen. Also es gibt immer zwei Seiten, zu sagen, okay, Hütter will gar keinen schwierigen Spieler. Ich glaube, Kostic so auf Linie zu bringen, war Hütters Verdienst. Und das ist auch trotzdem, glaube ich, nicht so leicht gewesen, so ein Freigeist in Anführungszeichen wie Kostic auch zu sagen, hier Digga, du bist jetzt nicht nur Außenstürmer, du musst auch nach hinten arbeiten und der rennt und rennt. Also Hütter hat diese Qualität nicht. Ich würde Hütter jetzt gar nicht zu sehr in diese Ecke drängen, zu sagen, er will keine schwierigen Spieler haben. Gerade wenn diese Gerüchte um Bord hängen, stimmen, dass die Eintracht und Hütter ihn wollten und der dann doch nach Florenz gegangen ist von sich aus. Das sind immer so zwei Sachen. Da bin ich auch noch ein bisschen hin und hergerissen, habe auch noch keine abschließende Meinung. Nichtsdestotrotz verdichten sich zumindest die Gerüchte, dass zumindest auf der Seite, die Marvin genannt hat, zumindest ein bisschen was dran sein könnte. Dass wenn du Profis holst wie Kor, wie Durm und du hast Rode und Hinteregger, das sind alles Leute, die kriegst du irgendwie in die Spur. Und mit Rebic hakt noch und noch, was ich auch noch sagen will, Leute, bei allem Rebic-Loft, die wir jetzt hier verbreiten, es kann natürlich auch sein, dass das nicht Hütters Schuld ist. Also dass Rebic sich wirklich asozial verhalten hat und Hütter irgendwie ihm 30 Mal die Hand gereicht hat und jetzt beim 31. Mal ist er halt ausgerastet. Trotzdem muss er das intern machen. Ja. Gerade um den Spieler zu schützen. Ja, kann sein. Ja, ich meine, von dem, was wir halt hören, ist es ja vielleicht auch genau so. Also das sind ja genau die Zeichen, die wir so bekommen. Ich sehe das ja dann trotzdem aber halt einfach aus der Fanbrille und würde mir einfach wünschen, dass der Spieler halt an sich ja weiterhin eine Art Denkmal bekommt. Ich meine, mir geht es jetzt gar nicht nur um Denkmal-mäßig und so weiter und so fort, aber ich will halt auch irgendwo, dass man einen besseren Abschluss findet. Wie auch immer. Weißt du, mir geht es dann eher um den Abschluss. Wo sie sagen, okay, jeder kann sein Gesicht wahren. Es spielt ja dann auch genau das mit rein, was du gesagt hast, dass du auch dein Kapital warst, dass du auch gar nicht so diese Unprofessionalität, das kann ja vollkommen so sein. Das kann ja so sein, dass er sich aufgeführt hat wie der letzte Lurch und kann echt so sein, dass er zu allen Mannschaftskollegen irgendwie der letzte Wichser war. So kann sein. Wissen wir nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Aber selbst dann musst du es ja am besten so verkaufen, dass alles nicht so schlimm ist, denn du willst ja, dass er sich bei der nächsten Mannschaft zurecht und wohlfühlt, weil du ja denkst, nur wenn das irgendwie gegeben ist, kriege ich den überhaupt los. Genau, das ist wie dieses Spiel mit dem, wie heißt denn dieses Spiel mit diesen Schwertern und mit dem Fass? Was ist denn, was ich meine? Ja, ich weiß das immer. Wie heißt denn das? Ja, keine Ahnung. Wo man so reinstechen muss und wenn du Glück hast, passiert nichts. Ach, wo dieser Affe oder was da aus dem Fass springt, wenn du den erwischst. Da musst du halt dem anderen Verein dieses Fass geben, weil du Glück gehabt hast, dass es bei dir noch nicht rausgesprungen ist. Ja, Das heißt, jeder Rebic ist ein spannender Typ, ihr nehmt den ruhig, wir wollen ihn eigentlich behalten, aber hier 50 Millionen, da kann man nicht nein sagen. So zack, ha ha ha, lacht sich danach kaputt, weil du denkst, der Typ dreht gerade völlig durch. So, kann ja sein. Das will ich aber alles nicht mitkriegen. Und wenn wir diese Causa Rebic schließen jetzt vielleicht auch ein bisschen ab, ich muss aber trotzdem, weil ich fand es wirklich sehr, sehr gut und Zambrine, fünf Treuhörerin, hat mir privat schon viel geholfen, mit gewissen Dingen umzugehen und irgendwelchen Trollen, hat aber für mich die Sache um Rebic heute am besten zusammengefasst und ich zitiere einfach mal ihre zwei Tweets jetzt dazu. Fußball darf und soll das Leben simplifizieren, aber es ist schwer erträglich, wenn aus einzigen Helden plötzlich Antihelden werden. Mit Kritik muss man nicht sparen und Wechselwillige soll man nicht aufhalten, aber das Kindische vom Thron stoßen, weil der Held als Held ausgedient hat und nicht mehr gemäß meiner Vergötterungssehnsucht agiert, das gehört in den Sandkasten. Dazu sind wir alle zu alt und Fußballer eben zu menschlich. Man kann frühere Leistungen anerkennen, aktuelle Schwierigkeiten offen kritisieren, aber ein Ende auch akzeptieren. Finde ich super zusammengefasst, ehrlich gesagt. Weil es sind einfach die Rautöne, die da sind. Wie Marvin und ich es probiert haben, jetzt hier zum Schreiben, er kann ein Assi gewesen sein, Hütter kann Recht haben, kann alles so und so sein, Hütter kann aber auch vielleicht mit dem Charakter nichts anfangen. Am Ende des Tages müssen trotzdem alle Beteiligten sich so verhalten, dass es am Ende für die Eintracht am besten ist und das ist momentan nicht so. Diese Diskussionen tun niemandem gut. Was bringt denn Leuten, wenn die Leute, ja der Ribitsch, als er draußen war, war es wieder besser. Ja toll, das heißt trotzdem, dass die Eintracht eigentlich scheiß Halbzeit gespielt hat. Diese Thematik von diesem ganzen Kram, ich verstehe es halt nicht, weil es bringt niemanden weiter. Es bringt niemanden weiter zu denken, ja der Ribitsch, der geht mich schon seit einem halben Jahr auf den Sack, ich bin froh, dass er weg ist. Gut kann sein, dass es deine Meinung ist, das ist trotzdem keine lösungsorientierte Meinung, sondern das ist trotzdem im Sinne von, Ribitsch ist ja jetzt nicht weg. Wir müssen ja irgendeine Lösung finden, dass die Eintracht, wenn er wechseln soll, auch noch viel Geld kriegt und so wie es jetzt gerade läuft, gewinnt nämlich gar keine Partei. Selbst die, die Ribitsch weghaben wollen, weil sie schneller vergessen haben, was er auch für die Eintracht geleistet hat, was für ein geiler, geiler Kicker es ist. Selbst die dürften nicht befriedigt sein, weil dieses Geld müssen wir uns A komplett mit Dings teilen, 50-50 mit Florenz und es wird immer weniger. Am Ende kriegen wir für Ante Ribitsch 14 Millionen Euro. Und genau, und das wäre der Worst Case, weil dann kriegst du eigentlich, kriegst du zum Glück noch einen Bas-Durster für das Geld, aber nur weil Bobic dann halt auch dementsprechend gut verhandelt hat, aber du kriegst auf keinen Fall diesen Spieler, der Ribitsch gleichwertig ersetzt. Das ist genau der Punkt. Mein Traum-Szenario ist, man kann sich in die Augen schauen, man sieht, dass Ribitsch jetzt einen guten Verein bekommt, wir bekommen einen guten Ersatz dafür, wir bekommen eine ordentliche Summe und Ribitsch bekommt vielleicht einen geilen Verein, bei dem man eine neue Herausforderung hat. Jeder kann sich in die Augen schauen und wir können uns freuen, wenn Ribitsch in vier Jahren vielleicht mal wieder da ist und wir dann irgendwann in zehn Jahren die Pokalsieger-Mannschaft irgendwie so wieder loben lassen und ehren lassen und so weiter und so fort. Weil da war er einer der wichtigsten Teile davon. Das würde ich mir wünschen, dass wir positiv auf diese Causa zurückblicken und nicht mit so vielen Negativen, wie aktuell auch gerüchtet wird. Der Fakt ist, Basti weiß nicht viel, ich weiß gar nichts. Das ist alles momentan, auch was wir auf dem Blatt sehen, viel Körpersprache, bla bla bla, Hayopi-Quatsch, das ist immer, das gab es schon vor zwei Jahren und dann hat er wieder dreifach getroffen. Da würde ich nicht zu viel drauf geben und wenn jemand halt seinen Instagram-Account deaktiviert, dann kann es auch einfach damit umgehen, weil er eine schwache Seele ist oder so, kann auch damit zusammenhängen oder weil er, keine Ahnung, mit Kritik vielleicht schlechter umgehen kann. I don't know, aber das sind halt auch persönliche Sachen und mir geht es im Endeffekt nur darum, dass für all die besten Lösungen getroffen wird und die kann gerne bedeuten, dass sich die Wege trennen mit finanziellen Vorteilen für alle Seiten und dass man sich in die Augen gucken kann. Ja, finde ich auch. Ich würde gerne in deinem Szenario, dem ich mich anschließe, noch zusätzlich reinpacken, dass er uns einfach, wenn er uns verlässt, wie du es gesagt hast, dass es so offen kommuniziert wird, dass er sich irgendwie bei den Fans bedankt, dass die Fans sich bei ihm bedanken und in der idealsten Weise dieser Wechsel vielleicht schon vor dem Straßburg-Spiel jetzt feststeht, er das Straßburg-Spiel aber noch mitmacht und uns einfach dann nochmal in den Europapokal schießt und dann können wir ihn nach dem Spiel verabschieden, wir ihn einfach mit Ante Rebic sprech können und bla 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 und dann hat er, weil wir wissen, dass er am Wochenende irgendwie zu seinem neuen Verein wechseln und dann ist es halt so. Das ist doch genau der Punkt und eine sehr gute Überleitung, weil wie können wir die Straßburger schlagen und das ist genau der Punkt. Ich glaube, das kann vielleicht nur so funktionieren. Vielleicht muss sich jetzt Bobic mit Hübner irgendwie dran setzen, dass die das Ding jetzt schnellstmöglich eintöten, damit jeder zufrieden ist und ganz ehrlich, weißt du, welche Dynamik das positiv entfachen könnte? Wir stehen hier gerade in einer unvollständigen Mannschaft vor dem nächsten Gegner. Das müssen wir ganz klar so sagen. Im Sturm wissen wir nicht genau, wie es läuft. Wir sehen, in der Defensive funktioniert es ganz gut. Das sah heute, natürlich haben wir zwei Tore gefangen, aber es sah trotzdem ganz gut aus. Ich glaube, da im Mittelfeld ist auch einigermaßen Stabilität da. Die könnte noch ausgelöst werden durch mehr Kreativität. Das kommt wahrscheinlich, wenn es so da ist, dann können wir da einen Punkt reinsetzen. Aber an sich ist so das Mittelfeld und die Abwehr gut gefunden, aber im Sturm brauchen wir noch jemanden. Und weil wir noch jemanden brauchen, aber momentan die Möglichkeiten nicht haben, sie von außen rauszuholen gegen Straßburg, müssen wir uns auf das besinnen, was am besten ist. Und da ist immer noch Rebic der Faktor X. Und genau den, den müssen wir bemühen. Und ich kann mir richtig geil vorstellen, stell dir mal vor, das Szenario kommt, so wie du Basti gesagt hast, hat, es ist so, Rebic, wechsel, fix, jetzt noch am Freitag, am Donnerstag spielt er für die Eintracht und am Freitag geht er zu seinem neuen Verein. Dann wissen wir, okay, Donnerstag ist der Tag. Und stell dir mal vor, wie geil dieses Stadion brennen kann. Dann ist nämlich all die Negativität plötzlich weg. Dann ist scheißegal, was jetzt die letzten drei, vier Tage gelaufen ist, was die letzten drei, vier Wochen gelaufen ist. Dann heißt es nur noch, Ante Rebic sprechkörbe für all das, was er geleistet hat. Und das kann diese Dynamik so weit entfachen, dass ich denke, dass wir dann richtig gute Chancen gegen Straßburg haben, die nicht übermenschlich gespielt haben im Hinspiel. Die wir wirklich knacken können und die dann auch erstmal gucken, okay, wir hatten jetzt eigentlich 20.000 Fans, die gejubelt haben, aber jetzt kommen 48.000, was ist los mit euch? Bam! Und ich glaube, das kann uns in die nächste Runde bringen. Denn ganz ehrlich, egal wie die Saison verläuft, wenn wir jetzt wieder die Gruppenphase erreichen, dann haben wir extrem viel erreicht und dann ist echt mal boogie, boogie. Das ist es ja. Und das ist genau das. Und ich bitte auch jeden, wir haben uns ja selber schon dabei erwischt, dass wir Angst haben, oh Gott, ist jetzt alles blöd und so. Ganz ehrlich, die Leistung in Leipzig hat es doch gezeigt, zu denken, ey, das ist trotzdem nicht so schlimm, wie wir dachten. Also ganz ehrlich, jeder hat wirklich, und es gab auch vorher schon Stimmen, so wie in Leverkusen, der kriegt der 6-1. Das hätte ich mir auch vorstellen können, dass die Eintracht mit dieser Einstellung, in der ersten Halbzeit in Straßburg aufgetreten ist und diesem Heckmeck, was es jetzt gibt, dass die Eintracht da wirklich baden geht gegen gute Leipzig, aber die Eintracht hat sie dagegen gehalten. Die Eintracht hat teilweise auch gefällig gespielt in den ersten 10 Minuten, haben die sich teilweise sehr gut durchkommuniert. Ich erinnere an die Chance von Kostic nach 5 Minuten. Das heißt, wir müssen auch immer aufpassen, dass wir den Status Quo nicht zu negativ sehen, weil wir uns gerade von den letzten Ereignissen haben beeinflussen lassen. So ein bisschen, so ein kleines Stück zurücktreten und denken, okay, das und das ist trotzdem gut, die Leistung gegen Hoffenheim war okay, die Leistung gegen Leipzig war okay, zweiter Halbzeit gegen Straßburg war okay, dass man einfach sagt, und ganz ehrlich, und egal was, wie Marvin es gesagt hat, die ganzen Gerüchte über Rebic müssen ja auch alle nicht stimmen, es kann sein, dass er einfach nur bocklos ist und der Trainer war für ihn sauer, weil er nicht mitgearbeitet hat. Das kann ja auch sowas sein, dass die Mannschaft war, dass er sich irgendwie, ja, dass er seinen Frust gezeigt hat, dass es mit dem Wechsel nicht klappt, weil seine Buddies irgendwie weg sind, der eine für 40 Millionen, der andere für 70 Millionen und er hängt hier noch rum und keiner will ihn haben. Kann ihn natürlich frustrieren, trotzdem muss es ja möglich sein, gerade im Fußball, wie schnell das geht, zack, zack, dass es möglich ist, dass man Rebic für Donnerstag fit, motiviert bekommt und den Trainer auch so weit, dass er ihn aufstellt und dann kann man immer noch gucken, weil danach ist das Transferfenster, glaube ich, noch bis Montagabend offen und das kann man ja mit ihm kommunizieren. Wenn die Eintracht jetzt zu ihm geht und sagt, ey Ante, hör mal zu, wenn du wirklich keinen Bock mehr hast, dann musst du uns das nicht auf diese Weise zeigen, aber wir können auch nichts dafür, dass XY der Transfer nicht geklappt hat, wir haben Haller keinen Stein in den Weg gelegt, wir haben Jovic keinen Stein in den Weg gelegt, wir werden dir aus Dankbarkeit auch keinen Stein in den Weg gelegt, aber Digga, da musst du uns halt ein Angebot präsentieren. Da musst du den Frust, den du hast bei deinem Berater rauslassen und sagen, ey, ich will hier weg, bring mir einen geilen Verein, der die Ablöser auf dem Tisch legt, damit du auch weißt, dass du dem Verein wert bist. So, du musst einfach zu ihm sagen, ey, hör mal zu jetzt, dann sag's halt. Also du kannst ja zu einem trotzigen Kind dann auch irgendwann mal sagen, ja ganz ehrlich, was willst du denn? Und dann gebe ich es dir halt, dann ist es in Ordnung jetzt, okay, alles klar, tschau, so, weißt du, also dieses Verhalten muss man ja dann auch nicht in dem Sinne irgendwie belohnen, dass man ständig denkt, ist alles gut bei dir, ist alles gut bei dir, nee, irgendwann, und vielleicht sind die Verantwortlichen mittlerweile so weit, sagen, ja gut, dann lass uns in Ruhe, geh weg, wir wollen hier keinen Sternfried haben, wir haben wichtigere Ziele, weil, muss man auch dazu sagen, Andreebic ist ja auch nicht wichtiger als unsere Ziele, muss man auch sagen, wenn er die aus Sicht der Verantwortlichen gefährdet, muss man eine Lösung finden, es wäre trotzdem ganz schön, wenn man das nochmal hinkriegen würde, zu sagen, ey, Donnerstag nochmal volle Kapelle, Rebic war ganz im Ernst, Leute, wir brauchen den am Donnerstag, wir brauchen den am Donnerstag, weil der wird die Dinger reinballern, die Juve jetzt irgendwie im Ansatz verständelt, die Patienz hier aufgrund seiner manchmal mangelnden Spielintelligenz nicht erreicht, und die Kamala versendelt, weil er noch zu grün ist, so, also er ist der Typ, den wir brauchen, am besten an der Seite von Patienz, ja, weil dann fühlt er sich wohler, Patienz fühlt sich wohler, dann wird Straßburg sich umgucken, ganz ehrlich, und wie Marvin es gesagt hat, Boogie Woogie, ich hab auch noch ein bisschen, ich bin jetzt richtig, ich hab ein bisschen gesunden Hass auf Donnerstag, gerade weil die Straßburg-Fans, die waren nicht so freundlich, die KSC-Fans waren da dabei, das Spiel ist unglücklich gelaufen, wir hätten den Elfmeter kriegen können, wir haben jetzt bei RB gespielt, da hat sich auch ein bisschen Hass aufgebaut, ich muss sagen, ich werde jetzt bis Donnerstag ohne Dauerstrom stehen und am Donnerstag alles rauslassen. Und das Ding ist, es ist ja nicht so, als wäre das jetzt hier eine unlösbare Aufgabe. denn 2-0-Schüte. Also wir haben Benfica 2-0 besiegt, Leute, was ist los? Ja, genau, und da brauchten wir dieses 2-0, weißt du, da haben wir nämlich genau auf Messers Schneide gespielt, da war es so, fuck, 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 wir haben 4-2 verloren, jetzt müssen wir irgendwie, wir müssen 2-0 spielen, dürfen kein Gegenteil kassieren, das haben sie genau gemacht, das waren die Baba-Jungs und das kann auch jetzt wieder passieren, Straßburg ist keine Übermannschaft und wenn wir mit allen Schwarz am Donnerstag gekleidet, mal zeigen, wer Herr im Haus ist, dann wird das laufen, aber dann muss halt auch jeder an seine Leistungsgrenze kommen und dann muss Rebic auch dafür sorgen, dass die anderen Spieler mit beflügelt sind, dann ist plötzlich auch ein Kamada nochmal eine Stufe besser und dann funktioniert das und dann trifft nicht nur Rebic und dann trifft nicht nur Kamada, dann haben wir vielleicht auch noch Patience da ein Tormacht und dann ist der Käse gegessen. Ja, schön mit euch, Straßburg, aber dann müsst ihr halt nächstes Jahr versuchen, nochmal Europa Cup anzupeilen, mit uns wird das halt nämlich nicht so einfach und dann geht es weiter und dann haben wir einen riesigen Punkt auch, dass wir nämlich in die nächste Runde gekommen sind und dann können wir erstmal schauen, wie der Hase läuft und dann gibt es die Transfers, bla bla bla, dann können wir Bastos nachnominieren, dann kann Hütte noch mehr sein Spielsystem foncieren, dann hast du mit So plötzlich jemand, der im Spielsystem mehr eingebunden ist und dann läuft alles ein bisschen relaxter und wir sind alles fein. Fakt ist, wir sind ja jetzt, wir haben jetzt zwei Spiele aus acht Pflichtspielen verloren, das ist jetzt auch noch kein Drama, sind echt gut dabei, aber wir müssen halt sehen, dass es da jetzt weitergeht und das ist jetzt das Wichtige und ich glaube, wenn wir alle halb sind, dann kann es auch funktionieren. Und das Wichtige für mich ist, ohne dass wir jetzt schon komplett über dieses Leipzig-Spiel gesprochen haben, die wichtige Aussage aus beiden Spielen, die wir verloren haben, ist, es war knapp und wir sind in beiden Spielen wieder zurückgekommen, uns hat am Ende halt nur derjenige vorne gefehlt, der das Tor macht, wenn wir es jetzt irgendwie schaffen, diesen Punkt auch noch irgendwie zu machen, weil dass wir eigentlich den Willen haben, da irgendwas dran zu ändern, das haben wir ja an beiden Spielen gezeigt. Und ganz ehrlich, Leute, ich hab das Gefühl, und das kennt man ja sogar manchmal aus dem Privatleben, manchmal hast du ja irgendwie so, keine Ahnung, so Hürden im Kopf, wo du denkst, oh Gott, wie soll ich denn das schaffen, dann denkst du so von Tag zu Tag und bla 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 und dann plötzlich nach drei Wochen guckst du auf diese Zeit zurück und denkst, was hab ich mich da verrückt gemacht, also das kennt man ja selber auch so, von wenn da ist man so in diesem Ding drin und ich hab das Gefühl, als Eintracht-Fan und Eintracht, die ist gerade auch in diesem Tunnel drin, zu denken, oh Gott, die Hürden erscheinen so hoch und ich kann mal einen Plan, das ist schlecht und ganz ehrlich, Leute, Marvin hat's doch schon ein bisschen aufgezeichnet, dann ist das Transferfenster zu, dann haben wir hoffentlich gegen Düsseldorf gewonnen und dann ist ja auch erstmal Länderspielpause und dann können wir an den Länderspielpausen Wochenende doch mal schauen, wer ist gekommen, wie stehen wir in der Tabelle da, sind wir im Europapokal, ja oder nein, was ist denn, wenn wir gegen Düsseldorf gewonnen haben, sind im Europapokal, Rebic ist weg und wir haben drei neue. Ja, dann ist, also, man darf ja nicht tun, als wenn jetzt hier alles schon kurz vorm Einstürzen wäre, weil das ist halt noch nicht so, das Transferfenster ist noch nicht zu und das Straßburg-Spiel ist noch nicht gespielt und Rebic ist auch noch nicht weg. Vielleicht lachen wir in drei Wochen über die lustlos Rebic und Hütter sagt uns, ja, ich muss ein Gespräch mit ihm führen, weil es haben sich Transfers von ihm nicht realisiert, da war er ein bisschen traurig, dann hab ich mit ihm geredet, da hat er sich bei der Mannschaft entschuldigt, pam, 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 Rebic schießt sieben Tore in der Hinrunde. Auch das ist noch möglich, ich hab einfach keinen Bock, irgendwie, weiß ich nicht, zu kurzfristig immer zu denken und aus jedem Spiel und aus jeder Aussage und aus jedem Nicht-Transfer und aus jedem Transfer, der sich verzögert, sofort elementare Dinge abzuleiten, weil das muss ich auch bei mir selber verhindern, zu denken, ah fuck, oh fuck, oh fuck, wie oft haben der Marvin und mich in irgendwelchen WhatsApp-Gruppen verrückt gemacht, weil irgendwie wieder ein Tag vergangen ist, wo Hinterher gar nicht kam, ja Hinterher ist jetzt da, alles gut, Alter. Genau. Und so kann es ja mit den anderen auch laufen. Genau das ist es. Deswegen, aber deswegen versuche ich ja diese unterschiedlichen Szenarien nicht zu skizzieren und versuche auch einfach uns erstmal Mut für Donnerstag zu machen, weil wir sind echt momentan noch gut dabei. Es ist alles noch, weißt du, wir haben ganz ehrlich, andere Mannschaften haben jetzt schon zwei Niederlagen gegen Gurkentruppen kassiert in der Bundesliga und die stellen sich jetzt schon die Frage, was jetzt überhaupt Sache ist, weil sie zwei unnötige Spiele jetzt verloren haben, ja ich meine, das ist uns jetzt nicht geblüht, wir haben gegen Hoffenheim die immer wichtiger werden, immer schwerer werden, die haben jetzt gegen Bremen gewonnen, wir können froh sein, dass wir gegen die auch nicht glücklich, sondern verdient gewonnen haben. Ja, das gegen Leipzig haben wir im letzten Jahr auch besser ausgesehen, ja insofern auch cool, haben wir im letzten Jahr schlechter ausgesehen, insofern auch cool, also insofern alles in Ordnung, es läuft noch, aber wir müssen halt nur sehen, dass wir diese, wie soll ich sagen, Kurve beibehalten und jetzt auch bald mal wieder einen Sieg einfahren und wenn wir das jetzt am Donnerstag tun, dann geht es alles ganz relaxed weiter und in der Bundesliga mache ich mir dann auch erstmal keine Sorgen, wir sind im Pokal eine Runde weiter, das ist auch gut, wir haben jetzt einen guten Gegner im Pokal, der auf jeden Fall machbar ist, gerade in der aktuellen Verfassung, also insofern läuft schon. Läuft schon. Mit welcher Aufstellung gehen wir denn am Donnerstag in das Rückspiel gegen Straßburg? ja, ist schwierig, weil ich denke, dass Abraham trotzdem drinbleiben muss aufgrund seiner Erfahrung für solche Spiele, dann würde ich Hinti, also Indica sehe ich eigentlich jetzt als, wir müssen es jetzt trennen, wir reden über Leipzig, reden wir noch, ja? Über Leipzig reden wir noch, wir waren jetzt erstmal hier. Kleiner Spoiler, für mich hat Indica da echt sehr, sehr gut gespielt, würde aber trotzdem aufgrund der Wichtigkeit und aufgrund der Erfahrung und der anderen beiden Hinteregger und Abraham und Hasiba hinten reichstellt. Muss ich sagen. Kostitsch und da Kostler auch. Kann nicht mitgehen, auch wenn es mir, wie du schon sagst, kleiner Spoiler, um Indica da echt leid tut, aber macht wahrscheinlich einfach von der Erfahrung her am meisten Sinn. Direkt gegen Düsseldorf wieder spielen, alles gut. Ja. So. Auf den Außen, ich glaube links, ist vollkommen klar, da steht ein Kostitsch. Brauchen wir nicht lange diskutieren. Und dann in der Mitte, Rode und? Ja, boah, also ehrlich gesagt, macht mich ja keine Lösung gerade so richtig an. Ich finde Core mega unsexy. Dick Guzman will ich da auch nicht sehen. Ich würde Rode Fernandes in Erinnerung an die Europa-Pokal-Nächte, die haben das gut gemacht in der Europa-Pokal-Nächte. Ja, vielleicht echt Fernandes. Dann stell die mal rein, ja. So, dann die spannende Frage auf rechts. Da Kostler. Wurde meiner Meinung nach geschont einfach. Bei Durm hakt es für mich auch noch so ein bisschen, dann braucht noch ein bisschen Zeit. Es ist halt auch wieder genau diese Kurzfristigkeit. Wir bekommen ja viele Nachrichten, wo dann steht, ja, der Durm ist ein super Typ. Ist er. Aber der hat halt ein gutes Spiel gemacht gegen Mannheim. Das ist auch super. Aber das heißt ja nicht gleich, dass er sofort da Kostler ersetzen kann. Da Kostler hat über die lange Zeit so viele gute Spiele gemacht. Und ich glaube, dass jetzt dadurch, dass er jetzt mal ein Spielpause bekommen hat, dass es ihm gut tut, dass er jetzt wieder Erfolg ausgibt. Es ist doch super auch, dass man es ihm geben kann, ohne dass man irgendwie komplett anfängt zu weinen. Also, oder dass irgendwie alles zusammenbricht. Es ist doch cool, dass man ihn ersetzen kann und dass man ihm diese Pause geben kann, dass er jetzt gegen Straßburg wieder Vollgas geben kann. Also für mich ist hinten gesetzt, haben wir ja schon gesagt. Also die Okay. Rode Fernandes, weil die haben das wirklich auch in den Heimspielen auch richtig gut gemacht teilweise. Auch im Zusammenspiel, darf man auch nicht vergessen, die kennen sich auch besser als Rode und Kort zum Beispiel. Für die ist ein wichtiges Spiel, da Kostler weiß auch, wie es läuft, Kostler sowieso. Dann, da mache ich mir da gar keine Sorgen. Und wo ich mir Sorgen mache, dazu kommen wir jetzt zu den drei vorne. Genau, ich würde vorne Kamada, auch hinter die Spitzen, würde ich auch machen. Weil da hast du, Basti, im Chat was ganz Gutes gesagt, du würdest den jetzt eigentlich am liebsten die Hinserie durchschleppen. Und ich finde, das ist ein interessanter Ansatz. Also ich meine, wenn wir jetzt nicht so hochwertige Neuverpflichtungen jetzt noch tätigen, die ihn zwangsläufig verdrängen würden, halte ich das für eine sinnvolle Idee. Kamada jetzt durchzustrecken und durchzuschleppen, weil er ja gute Ansätze zeigt. Und immer auf der Hoffnung, dass er, oder immer mit der Hoffnung, dass er den einen oder anderen Schritt dann noch machen kann und dann auch wirklich Tore erzielt. Insofern würde ich ihn jetzt auch gegen Straßburg, das ist auch ein Spieler, der gegen Straßburg Tore schießen kann. Bei allem Respekt. Würde ich auch denken und um das nochmal auszuführen, was ich mit Marvin im Chat gesprochen hatte. Ich finde trotzdem, wir erinnern uns an die Zeit, als wir hier im Eintra-Podcast auch immer gefordert haben, wir müssen Garcinovic jetzt mal durchschleppen, der kommt schon wieder. Kamer ja auch teilweise. Wenn man Garcinovic das erlaubt hat, würde ich jetzt mal denken, jetzt ist der Nächste dran. Zu denken, okay, Garcinovic hatte seine Chance, hat es teilweise nicht genutzt, kann natürlich auch noch wichtig werden, weil wir werden immer wieder rotieren, wir spielen am Sonntag gegen Düsseldorf, da kann Garcinovic wieder eine komplette Rolle spielen. Würde jetzt aber auch denken, ganz ehrlich gesagt, Kamer hat es jetzt einfach mal verdient, ein paar Spiele am Stück zu machen. Diese berühmten Kaio-Fünf-Spieler-am-Stück-mäßige, dass man einfach mal sagt, ey, der Typ muss sich halt die Sachen, die seinem Spiel noch fehlen, Kaltschnäuzigkeit, Erfahrung, Wettkampfhärte, Spielpraxis, die kann der sich halt auch nicht auf den Trainingsplatz holen. Also das dauert halt auch. Und Marvin hat es gesagt, wir müssen weg von der Kurzfristigkeit, müssen vielleicht Sendungstitel sogar, weg von der Kurzfristigkeit zu denken, ey, sobald Kamer ein Spiel macht, sofort wieder raus. Sobald der eine gute Spiel macht, sofort rein. Also mal so ein bisschen weiter zu blicken, auch wenn man immer irgendwie alle fünf Minuten eine neue Meldung haben will. Kamer muss jetzt einfach auch mal ein paar Spiele kriegen, finde ich, weil er sich das Arschung verdient hat. Klar, hat er noch gewisse Schwächen, aber er hat trotzdem teilweise sehr besondere Momente. Er geht gut in Räume rein, die wir vorher nicht geöffnet haben. Heute auch in den ersten zehn Minuten in Leipzig hat er auch teilweise gut die Halbräume besetzt. Ich finde gut, wenn man ihn, wie Marvin es gesagt hat, gegen Straßburg ist es jetzt auch nicht so, dass er uns komplett das alles nach hinten umreißt, weil er jetzt auch die ganze Zeit Stammspieler war. Die Spaltung für mich ist jetzt, wen nominieren wir vorne? Paciencia ist ein No-Brainer, oder? Mangels Alternativen. Also ihr würdet auch sagen, einen Zehner und zwei Stürmer, oder? Ja, aber hallo, zu Hause bitte, bitte darum. Ja. Dann Paciencia und wir hatten für ihn die ganze Zeit drüber gesprochen, Rebic wäre für mich dann der zweite da vorne. Für mich auch. Aber dann soll er auch bitte mal da vorne bleiben und nicht immer nur auf dem Flügel rumrennen. Kann er doch. Wenn Paciencia da ist, kann er von mir alles machen, was er will. Der soll ein Tor schießen, finde ich. Ja, aber Paciencia rennt ja auch auf dem Flügel rum. Das hast du ja aber dem Leipzig-Ding, über das wir gleich nach sprechen, hast du es ja auch gesehen. Er war ja auch mehr außen unterwegs als in. Das kann aber eigentlich nicht sein. Gut, nein. Im Endeffekt, diese Aufstellung würde mir auf jeden Fall sehr, sehr zuversichtlich bringen, dass wir Straßburg zu Hause mit mehr als einem Torunterschied besiegen werden. Ja, mit jeder Menge motivierten Fans im Rücken einer geilen Stimmung und der Möglichkeit da nach den Gruppenphasensternen zu greifen. Das ist wie eine Scheiß-Gruppenphase, Alter. Ich bin jetzt schon aufgeregt. Ich wollte gerade sagen, es ist jetzt nur noch ein Spiel. Du musst jetzt auch nicht irgendwie fünf Spiele zu null mit fünf Toren Vorsprung gewinnen, sondern es geht jetzt um ein fucking Spiel, wo du bitte zwei Tore schießen musst im eigenen Stadion. Der Ben 13. aus Frankreich. Also das geht. Klar kann das auch schief gehen. Natürlich kann Straßburg glücklich ein Tor schießen und dann stehst du da und musst drei Tore machen, schaffst nur zwei und du wirst abgefiffen. Trotzdem stand mir, glaube ich, in der Euroleague-Saison vor höheren Aufgaben. Also ich weiß nicht, wenn ich jetzt, ich frage mich gerade selber, mich selber, wie ich es aushalten konnte, an die Stamford Bridge zu fahren, nach dem 1-1 gegen Chelsea zu Hause dort zu bestehen und jetzt irgendwie trotzdem nervös zu sein zu Hause in Straßburg. Also die Aufgaben waren schon mal höher. Klar war die Mannschaft da vielleicht auch eine andere. Trotzdem muss man sich da vielleicht selber auch ein bisschen beruhigen. Das kann schon klappen. Also machen wir uns nichts vor. Das geht schon. Auch mit diesem dünnen Sturm in Anführungszeichen. Ja. Und wie gesagt, wir haben das Schlimmste für mich überstanden. Ich bin ganz ehrlich, das Hinspiel haben wir nicht schadlos. Da haben wir 1-0 verloren und das war kacke und das hätte auch 1-1 stehen können. Das war zu unseren Umsonsten ist es ausgegangen. Aber wir haben es bestanden insofern, dass wir noch eine Chance sehen und die Chance müssen wir jetzt nutzen und das müssen wir zu Hause machen von der vollen Kulisse, die unfassbar Bock hat, wo jetzt auch wirklich das Zeichen wieder angekommen ist, dass man jetzt auf ein anderes Level wiederkommt. Natürlich war es schön gegen Talen zu spielen, natürlich gegen Wadduz, aber das ist jetzt ein anderer Gegner. Das heißt, Stimmung auf dem Peak hundertprozentig, gerade nach den letzten Tagen, wo du ja, was weiß ich, gegen Hoffenheim gespielt hast und dann spielst du gegen Leipzig, ja, also zwei Dummdödl-Vereine und da bist du froh, jetzt einen guten Gegner zu haben und da wird jetzt alles gegeben und dann ist da was drin und dann kommen wir in die nächste Runde und dann schauen wir weiter und dann haben wir vielleicht den perfekten Abschied für den Ante Rebic und dann sind wir alle zufrieden aus dem Haus. Was ist denn euer Tipp, Marvin? 3-1. 4-1. Ich sag 2-0. Für jeden was dabei. Für jeden was dabei. Genau. Ich bin echt heiß, Leute. Ihr solltet auch alle. Ganz ehrlich, bei allen Kack jetzt verloren und Leipzig hast, ey, Donnerstag ist echt wichtig, Alter. Das wird so ein geiles Spiel. 6 Europapokalspiele, 3 zu Hause, 3 magische Nächte, 3 Auswärtsfahrten, wer weiß, was für geile Ziele, eine Auslosung, wo man sich wieder freuen kann. Das kann auch wichtig für die Bundesliga sein, und wir haben es ja gesagt, es kann sein, mal guckt die Mannschaften wie Leverkusen und Wolfsburg an, die sind hot, Leipzig wahrscheinlich auch, wenn Schalke sich noch fängt und Gladbach weiter so macht, dann kann das auch eine graue Saison werden, aber die kann dann dadurch echt Farbtupfer halten. Das ist sehr, 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 sehr wichtig, auch für die Spieler, für die Ambitionen von den Spielern. Das sollen die gefälligst auch untermauern, nicht immer nur, ja, ich habe internationale Ambitionen, ja, Leute, wenn ihr die habt, dann zeigt sie jetzt bitte auch. Und das ist ja genau der Punkt, die sind ja jetzt auch, ist ja jetzt auch nur Ante Rebic auf dem Platz und noch zehn andere Spiele, die dann auch auf dem Platz sind. Und wenn das so ein großes Problem ist, dann muss die Mannschaft vor dem Straßburg-Spiel zum Trainer gehen und sagen, ey, wenn der spielt, haben wir keinen Bock. Dann ist es so, dann fände ich es menschlich echt katastrophal, aber irgendwas muss halt im Nachhinein, wenn der Rebic am Donnerstag spielt und der spielt scheiße, will ich keinem Spieler was hören, auch beim Trainer nicht. Dann sind sie selber in der Verantwortung auch, aber ich will gar nicht so negativ denken, ich glaube, wir haben jetzt hier ein wesentlich positives Szenario gezeichnet, was auch funktionieren kann und dann kommen wir in die nächste Runde und dann schauen wir mal, dann haben wir mindestens drei schöne Auswärtsfahrten noch und es geht weiter international, weil ganz egal, wie die Saison läuft, es kann echt sein, dass wir diese Saison wahrscheinlich vielleicht die Krönung von Leipzig schon mitbekommen. Ich habe ein ganz ungutes Gefühl, wenn ich mir diese Mannschaft angucke, vielleicht passiert da auch nochmal was. Die haben heute Werner mit Werner verlängert und so weiter und so fort und Paulsen trifft wieder. Also das sind ja auch unangenehme Spiele, du merkst auch, dass es sich auf den anderen Plätzen was tut, was mir auch nicht zwingend immer so gut gefällt. Ja, keine Ahnung, am Ende wird es definitiv nicht Dortmund und die Bayern vielleicht auch nicht und dann ist plötzlich Leipzig da oben und dann stellen wir uns vielleicht auf eine Saison als Zwölfter ein. Kann ja alles passieren, ist ja alles, kann alles passieren, aber wenn wir dann trotzdem Europa mitnehmen, ist doch geil. Über was wir noch gar nicht gesprochen haben, ist, du warst ja jetzt gerade eben schon erlebnisreiche Auswärtsfahrten angepriesen, ihr wart ja auch beide vor Ort in Straßburg, das wollen wir natürlich auch nicht unbesprochen lassen. Wie war es denn da vor Ort? Es gab ja dann kurz vorher nochmal diese Regelung oder diese, wie soll ich schon sagen, diese quasi Zutrittsaufenthaltsverbote, die da dann doch kurzfristig noch irgendwie kamen. War das problematisch oder war das nicht so? Ja, gab es schon Grenzsituationen, würde ich es mal sagen. Okay. Also wir durften nicht überall lang laufen, also wie war das Marvin, wir waren, also eigentlich am Anfang war alles entspannt, oder? Ja, also am Anfang war es ein bisschen entspannt, man hat aber gemerkt, dass wir natürlich jetzt keine Fan-Utinsilien tragen sollten, das war schon klar, da waren auch ein bisschen Security war auch da, ich habe auch gehört, dass der eine oder andere auch irgendwie eine Ansage dann bekommen hat, dass er das bitte ausziehen hat, weil es einfach diese Verbote gab. Wir mussten dann auch, weil es zum Stadion hin haben, wir da ein bisschen aufgepasst, es hat aber alles einigermaßen gut funktioniert. Der Losner, Grüße an dieser Stelle, der Rechtsanwalt, der Rechtsbeistand, musste sich irgendwann mal vor Rassing-Fans ein bisschen in Sicherheit bringen. Danach sind irgendwie Dinge gelaufen, die ich aber einfach nicht mitbekommen habe. Dazu kann ich de facto nichts sagen. Bei uns lief es insofern ganz gut, weil wir danach auch jetzt kaum irgendwelche Berührungspunkte mit Rassing oder Karlsruhe-Fans, es waren relativ viel Karlsruhe da, hatten, aber da gab es ja dann schon ein paar, wie soll ich sagen, Zusammenstöße, aber die habe ich de facto nicht mitbekommen. Dazu kann ich eigentlich nichts sagen. Ich muss auch nachnehmen sagen, es hat mich gewundert, weil wir standen ja trotzdem noch an dem, also das Problem, was Marvin eben angesprochen hatte mit unserem Auto, weil ich war im Auto von Herrn Losner, liebe Grüße nochmal, das hatten wir morgens schon geparkt, das war auf so einem öffentlichen Parkplatz, da war irgendwie so McDonald's und noch so ein Restaurant, haben wir uns einfach dahingestellt, stellte sich am Ende raus, umso näher das Spiel kam, das war so ein zentraler Treffpunkt von den Ultras, das haben wir quasi unter, wir haben quasi in Anführungszeichen unser Auto am Gleisdreieck abgestellt und wussten nicht, dass es das Gleisdreieck ist. Das war natürlich dann schwierig mit den Sachen, die wir noch in der Stadt dabei hatten, die wir eigentlich ins Auto bringen wollten und wir hatten auch noch ein bisschen Äppel am Auto, den wollten wir dann holen. Ja, ich sag mal so, als wir dann in der Gruppe gelaufen sind, haben wir dann auch keiner, ich hab mir dann auch irgendwann gesagt, ganz ehrlich, ich mach mich jetzt hier nicht verrückt und soll halt einer herkommen, was will er. Haben wir dann auch gemacht, dann haben wir einen von dem Auto verscheucht, der da gesessen hat, haben gesagt, hau ab, haben unseren Äppeler geholt, sind ins Spiel, war alles easy. Nach dem Spiel, muss ich sagen, haben wir ja dann auch noch da gestanden und sogar noch eine Folge Fußball 2000 aufgenommen. Also, war jetzt nicht so, dass man denkt, okay, wir waren jetzt in riesiger, großer Gefahr, bisschen angespannt war's. Was dann danach passiert ist, hab ich auch nur Videos gesehen, weiß ich nicht genau, wie das entstanden ist, deswegen kann ich mich dazu überhaupt nicht äußern. Hat mich nur gewundert, weil ich dachte eigentlich, dass wir ziemlich lange noch da standen, wir haben Marvin noch verabschieden, Marvin ist ja in der Stadt geblieben, wir haben noch diese Folge da gedreht, wir haben noch ein bisschen was getrunken, also wir sind auch nicht direkt losgefahren und waren eigentlich trotzdem in diesem Epizentrum. Das muss ziemlich spät sonst dann gewesen sein, aber meine Güte, ich bin mir sicher, dass da jetzt auch nicht allzu viel passiert ist. Nee, wahrscheinlich nicht. Naja. Genau, also insofern, reicht aber, reicht aber, um genug Hass für Donnerstag zu haben. Ja, das sowieso, naja gut, also ich meine, ja, ich hab da schon ein bisschen, so ein bisschen, schon was gehört, so ein bisschen was mitbekommen, so im Nebensatz, weil halt ein paar Karlsruhe unterwegs waren. Ich muss halt ehrlich zugeben, ich hab halt keine Sympathien für Karlsruhe, also es ist, ich werd nie irgendwelche aufbringen können. Ich fand, mir geht das Stadion ein bisschen auf den Sack, als ich das letzte Mal da war mit der scheiß Pferdestaffel. Meine Güte, also sie nerven mich und Bad Denser, ja, whatever, ey. Und, wenn die jetzt auch am Donnerstag ankommen, viel Spaß. Nun gut, dann müssen wir natürlich noch über das sehr offensichtliche Spiel von heute sprechen. auf das Spiel oder über das Spiel gegen Leipzig in Leipzig heute. Ja. Ja, fang du doch mal an. Ich fang an. Also, ganz ehrlich, Leipzig ist die Ansammlung der unsympathischsten Menschen, die es gibt. Finde ich ganz, ganz fürchterlich. Ich fand, die ersten zehn Minuten, sind wir, die ersten fünf Minuten sind wir da irgendwie ganz gut reingekommen. Da war das so ein offener Schlagabtauschen. Ich hatte mich schon irgendwie so gefreut und wollte gerade noch irgendwie twittern, so nach dem Motto, ha, acht Minuten und noch kein Tor kassiert. Und dann fiel dieses Ding da rein, aus dieser Ecke, wo ich auch sagen muss, Trapp, da sind wir wieder bei dem Punkt, fehlerfrei, ja, nein. Ja, das Ding kommt auf die kurze Ecke und ja, Hasebe steht da am Blickfeld, aber das Ding ist halt auch irgendwie zu halten. Also, das Ding darf da eigentlich nicht reingehen. Und es hat mich unendlich genervt. Und ich fand, nach dieser Trinkpause in der 25. Minute rund, die da war, sind wir durchaus besser ins Spiel gekommen. Es war auch noch nicht alles irgendwie perfekt. Also, du hast auch da gemerkt, da waren so, viele Bälle gingen irgendwie in so einen Lauf, wo der Mitspieler noch nicht hingelaufen ist, weil irgendwie die Automatismen oder diese, die noch nicht ganz klar war, wer was von wem da irgendwie gerade erwartet. Was mich eigentlich auch so ein bisschen irritiert hat, weil die Mannschaft ja in dem Sinne jetzt sich nicht so krass an der Stelle verändert hat. Da waren ja schon durchaus Spieler dabei, die das in der Richtung im letzten Jahr auch gespielt haben und es halt trotzdem irgendwie nicht funktioniert hat. Aber wir sind da immer besser reingekommen, aber du hast auch da wieder gemerkt, und den Punkt hatten wir ja vorhin schon, dir fehlt ein Spieler wie ein Haller da vorne im Sturm, weil da wird Langholz da vorne hingeschlagen auf einen Spieler wie ein Jovelic oder ein Kamada, die halt weder von ihrer körperlichen Präsenz noch von der Größe noch irgendwie von ihrer Spielart mit dem Ball da vorne in der Höhe irgendwas anfangen können. Ich muss sagen, mir hat das Spiel echt gut gefallen. Ich muss sagen, die Eintracht hat gut gespielt. Ja, es ist besser geworden. Nee, ich kann nicht sagen. Ganz ehrlich, die Eintracht hat richtig gut losgelegt. Also als Kostic da durchgestimmt ist, da gab es zwei gefährliche Situationen. Die Eintracht kann locker da einzuführen. Also wenn die Eintracht kalt schnallzig ist, wenn Kostic hat zwei Situationen gehabt, einmal schließt er glaube ich so halb ab, halb nicht. In einmal wird Schuss abgeblockt. Also die Eintracht hat schon so zweieinhalb, drei Chancen am Anfang. Und dieses Tor ist halt Glück. Sorry, das ist Glück. Der wird verlängert. Der eine steht nicht da. Werner trifft den technisch überragend und Trapp steht nicht gut. Das ist trotzdem ein Tor. Ich glaube nicht, dass du da großartig viel von der Leistung ableiten kannst. Das ist für mich eher, das ist ein Tor, was du im Fußball glaube ich akzeptieren musst, weil Fußball einfach auch zu 60 Prozent Zufall ist, dass der dann dahin dotzt und der trifft den so. Das ist trotzdem jetzt, da kann Nagelsmann mir nicht erzählen, dass er das an seinem riesen Bildschirm-Training sich so ausgedacht hat. Im Leben nicht. Das ist ein klassisches Glückstor, das ist schon richtig. Eintracht hat das super gemacht. Einfach, das war ein Spiel und selbst mein Botox-Friend Nagelsmann hat es ja nach dem Spiel gesagt, das Unentschieden wäre verdient gewesen. Ich finde, die Eintracht hat teilweise auch echt gut hinten raus kombiniert. Gerade auf diese Halbposition Kamada und dann durchgesteckt. Klar waren da viele Fehlpässe dabei. Aber ich muss sagen, ich hatte es mir schlimm erwartet. Ich habe Leipzig stärker erwartet auch natürlich. Ich muss aber sagen, ich fand es in Ordnung. Kor und Durm haben mir noch nicht so gut gefallen. Es gab natürlich ein paar Schwächen, aber ich muss sagen, für ein Auswärtsspiel in Leipzig und in der Situation, in der wir gerade sind, muss ich sagen, war ich einigermaßen zufrieden mit der Leistung. Ich habe mich an ganz anderen Stellen aufgeregt. Ja, also ich sehe es ähnlich. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich nach den vielen Wechseln, also als ich die Aufstellung zum ersten Mal gesehen habe, habe ich gedacht, okay, was ist jetzt hier los? Man ist halt auch immer ein bisschen verwundert, wenn man da Kossa draußen lässt oder auch ein Hinteregger, für die ich schon immer denke, okay, die spielen von Anfang an. Das ist halt so fest eingebrannt und dann ist es nicht so und dann bist du verwundert. Fand aber, dass die Mannschaft das echt gut gemacht hat. Ich habe das vorhin schon angedeutet, sie spielt so ein bisschen, ja gut, du kannst dir keinen Vorwurf machen, das war irgendwie ganz gut, aber irgendwie so richtig gefährlich wurde es halt nicht. Aber auf der anderen Seite muss man halt sagen, so früh in der Saison gegen Leipzig zu spielen, die aber auch ehrlich gesagt auch nicht die Sterne vom Himmel gespielt haben, ja. Also die erste Halbzeit, ja, war vielleicht ein bisschen besser, aber die haben auch zwischenzeitlich in der zweiten Halbzeit sahen ja auch echt nicht gefährlich aus. Da habe ich echt gedacht, okay, so ein lauer Sonntagskick kann auch sein, Temperaturen waren ja auch sehr heiß, dass das irgendwie, dass niemand irgendwie an sein Leistungsmaximum gekommen ist, aber ich habe dann gedacht, okay, ja, jetzt geht es jetzt irgendwie so aus, so richtig ärgerlich, weil irgendwie wäre gefühlt mehr drin gewesen. Dann kommt die Eintracht nochmal und du denkst, jetzt wird es nochmal richtig knackig, denn ist halt der letzte Lucky Punch, der fehlt. Aber ich mag, wie die Eintracht einfach sich nicht hat hängen lassen, zu keiner Zeit. Ich fand, das Spiel war heute ganz sinnbildlich dafür, dass du zumindest in Sachen Motivation und auch wir gefühlt ganz oben dabei bist. Dass es halt am Ende sich nicht auszahlt, noch nicht, gegen diesen Gegner, okay. dass es aber eine Perspektive hat, genau mit diesem Konzept, vielleicht mit fast genau diesen Spielern, außer mit den Personen vorne, wo ich hoffe auf noch Veränderungen, glaube ich, oder vielleicht, dass du Durm rausnimmst und da kostet er rein, da kannst du ja wechseln, du kannst Hinteregger rein und dann vielleicht mal Abraham raus, je nachdem, damit kannst du variieren. Aber dieses Konstrukt wieder zu besetzen, halte ich für sinnvoll und glaube, dass das ein erfolgreiches Konzept werden kann. Insofern sah es für mich nicht so schlecht aus. Ich habe am Anfang, bin ich vom Schlimmsten da ausgegangen, wurde jetzt nicht, ja, wurde fast positiv überrascht. Insofern bin ich da nicht sauer. Ja, du hast schon gemerkt, sie haben sich von Minute zu Minute da irgendwie mehr reingesteigert und sich auch gegenseitig so ein bisschen mehr gepusht. Also diese Galligkeit und diese Motivation, die ist auch von Minute zu Minute größer geworden. Also es stimmt schon, wir hätten spielerisch locker das Ding mindestens zum Unentschieden führen. Also das ist ein ganz, also das ist ein Spiel, das geht normalerweise 1-1 aus und dann schwert sich sogar nicht mal jemand danach. Also nicht mal, dass Leipzig sich ärgern kann. Und ich muss sagen, mich hat das beeindruckt. Mich hat das wirklich beeindruckt, weil wenn man wirklich mal trotzdem sich vor Augen hat, dass die da in Leipzig gespielt haben, die haben eine Top-Qualität und die haben nicht viel in der Mannschaft geändert, die haben natürlich einen neuen Trainer, die haben aber Union Berlin echt zerschraubt und die werden auch noch andere Gegner da zu Hause zerschrauben. Das war nicht so schlecht. Also es war nicht so schlecht, die Eindracht hat halt Pech gehabt und was wir halt gesehen haben, ist einfach das, was wir seit Wochen organisieren. Das ist kein Arschsturm. Du fährst quasi, das fühlte sich so an, 27. Spieltag, Eindracht hat echtes Verletzungspech und fährt mit der, das weiß ich nicht, mit dem zweiten Anzug irgendwie, der Rumpelelf nach Leipzig. So hat sich das für mich angefühlt, so verletzungsbedingt. Vor allem die Stürmer sind eigentlich da. Und dafür war es super. Aber das ist genau das, Marvin hat es schon gesagt, aber das ist trotzdem nichts, worauf man sich irgendwie, ja, Kekse backen sollte, weil das sind trotzdem null Punkte. Im Endeffekt muss trotzdem aus dem Spiel rausgezogen werden, zu denken, ja, eigentlich müssen wir da trotzdem scoren. Alles konjunktiv. Aber es gibt mir ein bisschen Sicherheit. Sorry, wenn ich da noch einhake, weil halt jetzt ja auch schon diese grauen Szenarien schon gestartet wurden. Oh Gott, gegen Leipzig bekommen wir eine Packung, dies, das und so weiter und so fort. Oh Gott, Erinnerungen an Leverkusen werden wach. Nee Leute, so sah es gar nicht aus. Es sah wirklich nicht danach aus. Ich habe eine defensiv sehr gut strukturierte Mannschaft gesehen mit dem Händen in Dika, der mir wunderbar gefallen hat, der sofort dabei war. Also das waren einfach Punkte, wo ich sage, ja geil, wie gut ist das denn? Und da zeigen die Leute wieder ihre Qualität, ja. Und das will ich einfach auch positiv vorwegstellen, wo ich sage, das sind Punkte, mit denen wir ansetzen können oder an denen wir ansetzen können. Und wenn du schon gerade bei Endika bist, nicht nur in der Defensive, aber auch diese Spieleröffnung, die der Junge da heute drauf hatte. Also dieser eine Pass, den er gespielt hat, von hinten links auf einen durchstartenden Dürm auf der rechten Außenbahn über 45 Meter quer über den ganzen Platz. Das Ding war ja immer so genial. Hat wieder unterstrichen, dass er ehrlich gesagt der beste Kicker in der Verteidigung ist. Ja. Das ist besser als Hinterger, das ist besser als Abraham. Definitiv. Definitiv. Eigentlich ist das unser bester Innenverteidiger, wenn halt, ja, aber man darf bei ihm auch nicht vergessen, er ist auch noch jung. Der ist 20 geworden. Marvin hatte das, glaube ich, vor einem halben Jahr sogar mal gesagt, als es anfing, dass Endika irgendwie ein bisschen raus war. Hat er aber, glaube ich, selber gesagt, es gibt noch Dinge, die er lernen muss, der macht keinen Stress. Du hast auch gesehen, der ist drin, der ist sofort auf Temperatur. Das ist trotzdem der Verteidiger, meiner Meinung nach, der jetzt, über kurz oder lang, wird der Abraham ablösen. Also das wird jetzt bald passieren. Das natürlich jetzt noch nicht, weil du brauchst auch die Erfahrung von Abraham, auch der Käpt'n, und wenn er wieder da ist, kann er mit seiner Schnelligkeit trotzdem wichtig sein, aber Endika ist für mich mindestens 1-B-Verteidiger, der sofort da ist, wo man keine Angst hat, wenn er reinkommt. Und hoffentlich, wenn wir uns für die Gruppenphase qualifizieren, auch auf genug Spiele kommen wird. Also da mache ich mir gar keine Sorgen. So ist es. Also das wird unser, ja, das wird unser potenzieller Stammverteidiger, der gehe ich ganz fest von aus, kann aber auch sein, dass er vorher weggekauft wird. Alles möglich. Bitte nicht. Ja, naja gut, man muss ja ganz realistisch sein, so lange wird Paris Saint-Germain noch nicht warten, wenn die merken, dass ein französischer potenzieller Nationalspieler in der Bundesliga irgendwann Stamm spielt. Da sind schon andere Grauben gewechselt. Können wir, kann man ja im Sommer dann sehen, aber da habe ich keinen Schmerz mit, womit ich ein bisschen Schmerzen habe, wobei ich gesagt habe, ich kann ja nicht das eine verlangen und das dann selber machen, aber bei Core bin ich die Entwicklung gespannt, das will ich jetzt mit moderat entwickeln. Also das ist jetzt noch nicht kurz da, wir können das ja mal Richtung Winterpause bewerten, genauso wie Durm, die sind ja auch wirklich noch nicht lange da, das heißt, das kannst du noch nicht bewerten. Trotzdem gut zu wissen, dass die Eintracht so eine Dings, Marvin hat die Änderungen angesprochen, also es hat sich ja wirklich nicht so angefühlt, so geil, wir fahren mit voller Kapelle nach Leipzig, mal gucken, was da abgeht. Nee, das war wirklich eine Rotations-Elf und die hat es trotzdem gut gemacht und hätte sich dann einen Punkt verdient gehabt, deswegen bin ich da beruhigt und ich glaube auch, dass diese Probleme im Sturm, die wir da angesprochen haben, das sehen die Verantwortlichen auch, das sagt der Trainer seit Wochen, wir sagen das seit Wochen, jeder weiß, dass das zieht sich jetzt, wird gelöst sein und bin fest davon überzeugt, dass das spätestens nach der Länderspielpause auch ein eingespieltes Ding sein wird, dass da vorne neue Kräfte sein werden, wer immer das auch sein wird, ich bin sehr, sehr gespannt, mein gelber Anzug liegt hier schon neben mir, ich bin auf den Deadline Day gespannt, was alles passiert, nichtsdestotrotz muss man auch mal zusammenfassen und vielleicht liegt, dass ich das jetzt anspreche, auch einfach daran, dass wir echt schon am selben Tag aufnehmen, aber ein Spiel gegen Leipzig zu schauen, ich habe es heute im Fernsehen geschaut, beziehungsweise auf Sky Go, das ist körperlich schwerste, 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 schwerste Arbeit ist das. Ich sage ja, es ist eine Ansammlung von den größten Unsympathen. Ganz ehrlich, erzähl, ich wollte nur Luft holen, hatte Angst, was du jetzt so erzählst, weil ich glaube, es trifft doch genau das, was ich jetzt wollte, Hau, ja. Ja, ich muss, also fängt ja schon damit an, also was ich ganz schwer verkraftet habe, war immer die Einblendung ins Publikum. Ja, also das sind so, da wird ich schon wahnsinnig, weil da mischt sich dieses, ich bin aufgeregt, weil die Eintracht spielt, ich habe Angst, dass die Eintracht verliert, ich habe Angst, dass es im Fußball immer unglücklich laufen kann, ich habe Angst, dass Timo Werner und Toschis ist passiert, dann siehst du dieses Maskottchen, du siehst den Stadionsprecher, du siehst diese Zuschauer, dort Sky erzählt dir, dass es ausverkauft ist, dabei siehst du nur grüne Plätze, quasi nur die Hälfte irgendwie, da besetzt ist. Nagelsmann, mit seinem Gesicht, Mateschitz wissen wir, was er alles so macht, Minzler, was er alles so raushaut. Leipzig ist wirklich das schmutzigste Konstrukt im deutschen Fußball, es tut mir leid, ich kann es auch nicht aushalten und ganz ehrlich Leute, ich wäre so froh, wenn mir es egal wäre, ich wäre so froh, wenn mir das egal wäre, ich halte es aber nicht aus. Diesen Hass zu unterdrücken, das hat mir teilweise echt körperlich wehgetan, ich war heute bei mir im Garten und wir hatten große Familientreffen mit mir, meine Schwester und alle möglichen Mann da und Tanten, Onkels, was weiß ich, ich muss echt aufpassen, was ich da mache, dass ich nicht die Hütte von meinem Großvater da zerlege, weil ich kann damit nicht umgehen, ich meine ganz ehrlich, selbst wenn ich es will, ich stehe dann da und dann brennt es mir in der Brust, ich gucke das dann und dann schreibt man beim WhatsApp mit seinen Freunden, ich halte das nicht aus, ich will das gar nicht werten im Sinne von Leipzig ist, ich meine jetzt nur für mich persönlich, was das in mir auslöst, ist echt krass, es ist richtig krass, wenn ich das alles sehe und wie die sich das zurechtreden und wie Sky sich einen runterholt auf Leipzig und dann muss ich natürlich auch noch an die Sachen, die vorher waren, denken, Sylvia Walker, die sagt, natürlich ist es ein Verein, weil die gut mit Geld umgehen können. Können sie nicht, dann hätten sie Tornetze und müssten nicht zehn Minuten bei Sky über diesen zerschossenen Fahnenmast reden. Das war die größte Genugtuung am heutigen Tage, wie dieser Otto da seine hässliche Fahne hat und dann ist er abgebrochen. Das war wirklich die Szenen des Spieltags für mich, aber ich muss sagen, ich muss irgendwie eine Lösung finden, weil Marvin hat es ja schon angeteasert und ich habe bei 390 auch schon ausführlich darüber gesprochen. Ich befürchte, dass es eine richtige Chance gibt, dass die dieses Jahr Meister werden. Wenn das passiert, muss ich wahrscheinlich, ich weiß nicht, was ich da machen soll, ich weiß es nicht, ich fange gleich an zu holen, ich weiß nicht, was ich machen soll, aber ich halte es nicht aus. Bayern München, da habe ich mich in der Sozialisation dran gewöhnt, dann reibt man sich an den bla bla bla. RB Leipzig ist für mich das Allerschlimmste, was passiert, weil die, bei denen kommt alles zusammen. Es gibt so viele Punkte, ganz ehrlich, und liebe Grüße an alle 30, die ich heute geblockt habe, weil du ziehst ja, wenn du was über Leipzig twitterst, negativ, ziehst du es ja auch wie die Fliegen ans Licht, ziehst du ja auch die Leipzig-Trolle und das habe ich noch bei keinem anderen Verein beobachtet. Ja, aber es ist halt genau, es ist sehr spannend, sorry, wenn ich da kurz einhake, es ist eine sehr, sehr interessante Entwicklung. Ich verfolge das ja im Versuch gar nicht mehr, also ich versuche mich dem Ganzen gar nicht zu nähern, ich versuche auch den Hass da gar nicht so an mich heranzulassen und versuche diesen Verein mit all seiner, ja wie soll ich sagen, mit dem ganzen Umfeld eigentlich weitestgehend zu ignorieren. Aber dann schaue ich, welche Tweets gesendet werden und schaue dann auf die Reaktion und mir fällt auf, es ist halt genauso, wie wenn du als Antifaschist gegen Rechts twitterst. Es ist genau so, also es ist kein Witz, es ist total interessant zu sehen, lustigerweise auch mit ähnlichen Memes, lustigerweise auch mit ähnlichen Witzen, die gemacht werden und so weiter und so fort. Das ist total interessant, wenn du, wie als wenn du irgendwie was Antifaschistisches twitterst und dann kommen irgendwie die rechten Trolle und so weiter und so fort. Genauso ist es, dann kommen die RB-Trolle, die dann irgendwie dich dann anfacken, dich dann irgendwie blöd anmachen und so weiter und so fort. Aber halt auch genau darauf warten, das heißt, natürlich lese ich auch, wenn ich irgendwie Hashtag SGE eingestellt habe, lese ich auch vieles, wo Leute halt sich über die SGE auskotzen, wie das halt ist, wenn man andere Vereine nicht so geil findet. Whatever, da steige ich ja dann auch nicht drauf ein. Da muss man auch ein bisschen Größe beweisen, warum sollte man darauf einsteigen, wenn so nicht mal eine Nachricht oder so eine Menschen ist. Aber es gibt diese Leute, die sich durch ihren Minderwertigkeitskomplex bezüglich Leipzig so in ihre Ähre gekränkt fühlen, dann sofort darauf eine Replik setzen. Finde ich spannend und dann halt auch, welche Art der Diskussionskultur da vorherrscht, muss ich sagen, irritiert mich und erinnert mich an rechte Trollchats. Ganz ehrlich. Definitiv und ich muss auch, was Marvin sagt, ich meine, das unterscheidet sich trotzdem auch mit dem Gekabbel, was man mit anderen Fußballfans hat. Das definitiv. Also ich könnte das blind sehen. Egal, ob ich jetzt das Spiel sehen würde, ich wüsste genau, wer Leipzig-Twitterer ist und wer irgendwie, keine Ahnung, von Hannover 96 ist oder so. Das unterscheidet sich, weil natürlich gibt es auch irgendwelche Sachen, Fußball ist ja auch irrational, dass ich dann irgendwelche Leute nicht mag oder irgendwie kurz während dem Spiel irgendwie einen Hass auf, was weiß ich, auf Hertha oder sonst irgendjemanden habe, das ist normal, aber danach irgendwie, keine Ahnung, schreibt man sich kurz Privatnachrichten, entschuldigt sich und dann ist alles wieder gut und man irgendwie guckt, man existiert trotzdem. Bei denen ist wirklich so, ich muss die blocken, sonst wäre ich wahnsinnig. Weil wie Marvin sagt, das ist trotzdem was anderes, das ist wie ein Wespennest. Das ist so eine Armee von Leuten und ich habe das schon mit 390. Ja, genau, das ist sowas wie Siftfütter. Das habe ich mit 390 schon durchgemacht am Anfang, da wo wir ganz viele Leute geblockt haben. Das ist wirklich auch so ein, ja, aber eigentlich hat man recht, eigentlich muss ich mich da beruhigen, habe ich auch gemacht. Ich habe auch keinem geantwortet. Ich habe die einfach nur, für mich war es auch gut, geblockt, 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 geblockt. Ich frage mich ja, wo die herkommen, weil die müssen da gezielt nach suchen, weil die folgen mir nicht, ich folge denen nicht, ich habe mit denen nichts zu tun, man kann sie auch ignorieren. Wenn du aber dann irgendwie einfach deine Gefühle bei so einem Leipzig-Spieltwitter kommen die raus und einer schreibt. Ja, ich habe den Vorteil, dass die das ganz bewusst danach suchen. Einer, das ist für mich die größte Genugtuung, über deine Tweets zu lesen, wenn Leipzig gegen euch gewinnt. Ganz ehrlich, damals, als ich kurz mal neben das Nest geschissen habe, bei meinen Sachen da, die Ersten, die das gemeldet haben und gescreenshotet haben, waren Leipzig-Fans. Also, wie Marvin sagt, die warten da nur drauf. Das ist wirklich ekelhaft. Und ich lehne das weiterhin ab und ich verabscheue das und ich kann es einfach auch nicht abstellen. Ich kann auch nicht irgendwie mich da auf längere Diskussionen einlassen, im Sinne von, ja, und ich kann das akzeptieren. Ich kann die sportliche Leistung akzeptieren, aber alles, was die ausmacht, bis zum Platz, bis zum Fans und alles, kann ich nicht akzeptieren, weil sie mich dermaßen abstößt, dass ich sehr, sehr froh bin, dass zwei Spieltage vorbei sind und wir schon 50 Prozent des Plastikmilchs entsorgt haben, ehrlich gesagt. Ja, das ist total das Größte, weil im Endeffekt kann die Saison fast von den Partien nur besser werden und da kommen ja jetzt echt noch ein paar geile Dinge an, ich erinnere nur an und wie gesagt, wir haben das Auswärtsspiel gegen St. Pauli und so weiter und sofort im Pokal. Da kommen jetzt noch viele richtig geile Sachen und bis die beiden Plastikklubs dann wieder kommen, dauert es noch eine Weile. Ja, natürlich haben wir ein paar andere Gaukler-Vereine wie Wolfsburg und so, das hängt natürlich mit der Natur der Bundesliga, dieser veränderten Bundesliga zusammen, aber ja, man muss mal drüber stehen, aber es ist auch nochmal gut, mal darüber zu sprechen, denn es zeigt, mit welcher, wie soll ich sagen, Intensität einige Leipzig-geneigte Fans vorgehen, das erinnert an andere Spektakel. Aber gut, über die ideologische Nähe will ich jetzt kein Wort mehr verlieren. Darüber haben wir in der Vergangenheit ja auch schon öfter gesprochen und das wundert einen nicht immer. Wie gesagt, ich bleib dabei, das ist gar nicht jetzt so, es ist auch für mich, es ist ein Hilferuf an mich, aber ich bin den Hass nicht losgeworden. Ich hasse Leipzig weiter sehr. Ich kann da dich voll und ganz verstehen, das war für mich auch sehr, sehr anstrengend, das zu sehen. Ja, und es wird halt, ja, ich will jetzt gar nichts Negatives sagen, aber es wird der normale Gang der Bundesliga sein, dass die bald, ja, dass wir bald den Bayern den Daumen drücken müssen, damit es nicht leid. Habe ich schon, beim Pokalfinal war es zum ersten Mal der Fall. Ja. Ich bin so froh, dass Bayern gewinnen. Ich habe es sehr, sehr versucht, beides, weil das Ding komplett zu ignorieren, aber es ist, es ist mir sehr bewusst, dass das nicht mehr lange gut geht. Ja, also ich muss sagen, ich habe mich dann fast für Kowalde-Stelle gefreut, insofern alles gut. Ja, also das sind dann die kleinen, das sind die kleinen Freunden des Alltags. Es ist trotzdem, man muss trotzdem sagen, ich weiß nicht, was für einen Vertrag die mit Sky haben, es ist trotzdem ein Ärgernis einfach, dieses Wolf-Fuß sagt an der Sportstadt Leipzig, obwohl ich in der Handball spiele, es sind ja auch so viele Leute, da waren so viele Freisitze, da ist gar keine Stimmung. Hat er da nicht auch noch irgendwie gesagt, von wegen, dass das nicht alle Plätze legt sind, würde an den Auswärtsfans liegen? Hat er das nicht auch noch irgendwie gesagt? Ja, was heißt ich? Ja, es ist schon schwer anstrengend. Ja, aber also da, da muss man sagen, das ist leider auch eine ziemliche Kampagne und die nervt einfach. Ja. Ich glaube, da muss man dann auch einfach sagen, das stimme ich quasi vollkommen zu, das ist halt auch irgendwie alles ziemliche Frechheit, ja. Aber gut, über die Sensationsgeilheit oder Pseudo-Berichterstattung von einigen Unternehmen, muss man sowieso den Kopf schütteln, aber was soll ich sagen. Aber es nervt mich auch, denn ich finde diese sehr, ja, positive, ja, wie soll ich, Liebhabkultur befremdlich, gerade Sky und Leipzig. Ja, wer weiß, was da irgendwie im Hintergrund ist, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass, wenn die auch nicht irgendwie irgendeinen Vertrag da geschlossen haben, zumindestens sich, die auf der oberen Geschäftsebene sehr gut kennen und Matusch jetzt hat den einen oder anderen kennt, der wird dann da mal freundlich angerufen haben und da hakt auch die sprichwörtliche Krähe der anderen kein Auge aus. So, aber dann lassen sie jetzt aufhören, über Leipzig zu reden, ich kriege schon wieder Magenkrummeln. Morgen muss ich Fußball 2000 mit Herpes machen, dann wegen, krank. Vielleicht wird es besser, wenn wir jetzt über Düsseldorf reden. Das ist, das ist ja wenigstens ein sehr sympathischer Verein, hat an diesem Wochenende eine 3-1-Packung von Leverkusen bekommen, hat, glaube ich, dann auch relativ spät irgendwas, paar und 80. Minute noch irgendwie den Anschlusstreffer geschossen, nachdem Leverkusen vorher 3-0 geführt hat. Mit einem uns allseits bekannten Trainer Friedhelm Funkel dürfen wir am Sonntag 18 Uhr zu Hause gegen Düsseldorf spielen, bevor es dann in die von Basti schon erwähnte Länderspielpause geht. ich glaube, das ist dann nach Hoffenheim und Leipzig dann doch ein sehr sympathischer Gegner und, glaube ich, auch ein sehr machbarer Gegner, auch wenn Düsseldorf auch wahrscheinlich in der Lage ist, guten Fußball zu spielen und Tore zu schießen, aber gerade zu Hause sollten wir da schon irgendwie das Ding über die Bühne kriegen, locker. Da gibt es nichts. Da gibt es nichts. Also für uns, das müssen ganz klare drei Punkte sein. Ja, die haben mit vielen Abgängen zu kämpfen, die sie bislang noch nicht gleichwertig ersetzen konnten. Das ist halt auch wie es ist. Ich meine, du bist als Aufsteiger spielst du eine geile Saison und dann denken viele Vereine, ach komm, das ist doch mal ganz gut, der in der Spieler gefällt. Und da waren ja auch viele dabei, die wir ganz geil fanden, wo wir gesagt haben, super, lass die mal holen oder sowas. Wir haben jetzt de facto keinen geholt, aber dass ein Loco Baggio weg ist und auch ein paar andere Spieler, finde ich zum Teil schade. Auf der anderen Seite ist es halt dann so, dass Düsseldorf sich immer wieder neu erfinden muss. Und das passiert aktuell nicht. Also ich finde, was im Tor passiert, ist spannend, aber da finde ich den Torhüter noch nicht so gut, dass ich damit gehen würde. Ein Amerikaner, der momentan im Tor ist. Wer heißt der nochmal? Zachary Steffen. Geiler Name, Alter. Ich fand den echt ganz geil beim ersten Spiel, muss ich sagen. Ja, der hat auch Potenzial, aber da muss noch so ein bisschen mehr kommen. Kommt vor Columbus Crew. Also ist es auf jeden Fall ein Spieler, der Potenzial hat. Der spielt eben doch auch in der Nationalmannschaft, oder? Sorry. Das kann ich dir nicht sagen. Also ich habe die Nationalmannschaft noch nicht in der letzten Zeit nicht so beleuchtet. Wir gucken mal nach. Ja, 15 Länderspiele. Ja, 15 Länderspiele. Also immerhin. Also er ist da dementsprechend auch relevant. Ja, wie gesagt, es ist halt so, dass Düsseldorf auch mit einem Ruf Hennings im Sturm spielt. Ja, wo ich dann denke, wow, okay. Es wird schwierig für die Fortuna. Es ist ein unangenehmer Gegner, auf jeden Fall auch zu Hause. Aber ich meine, wir müssen die drei Punkte holen, da gibt es gar nichts. Und die sind auch machbar, die sind nicht so gut in die Saison gestartet, da gibt es für mich nichts. Das müssen ganz klare drei Punkte sein. Ich habe da noch ein bisschen Bedenken, muss ich sagen. Ich finde Düsseldorf eigentlich ganz sexy. Hätte ich nicht gedacht, also wie die in Bremen aufgetreten sind. Also ich hatte auf allen meinen Wettscheinen in Bremen stehen. Hätte ich niemals gedacht, dass die das wiederholen können. Dass die eher so eine biedere Saison spielen und die irgendwie hoffen müssen, dass Union Berlin und Paderborn vielleicht schlechter sind und dann noch irgendjemand. Man muss aber sagen, die haben die Abgänge einigermaßen kompensiert. Das ist schon in Ordnung, was die machen. Aber Marvel hat natürlich recht, die musst du besiegen. Fällt mir jetzt aber wirklich schwer, über das Spiel zu reden, wenn ich nicht weiß, was am Donnerstag passiert ist. Also das ist halt immer so diese Schwierigkeit, die man hat, wenn man sonntags darüber spricht, weil jetzt ist Leipzig keine paar Stunden vorbei. Wir wissen nicht, wie die Stimmung ist. Wir wissen nicht, wer noch kommt. Aber ganz ehrlich, wenn das Bastos das erste Spiel ist, macht er direkt zwei Buden, dann gewinnen wir 2-0 und alles ist gut. Und dann haben wir drei Spiele, sechs Punkte und dann ist eigentlich alles in Ordnung. Und dann ist erstmal Pause, oder? Genau. Dann ist erst eine Länderspielpause. Deswegen, das macht das Spiel echt wichtig, Leute. Eintracht, es ist noch früh in der Saison, wir haben das, glaube ich, die ganze letzte Saison haben wir immer wieder diese Phasen gehabt, wo wir gesagt haben, so Leute, noch die zwei Spiele durchhalten und dann nächstes Mal wieder noch die zwei Spiele. Zum ersten Mal in dieser Saison packe ich es aus. Ganz ehrlich, zwei Spiele, Donnerstag, Sonntag, Pam, Pam, Straßburg zu Hause gewinnen, Düsseldorf zu Hause gewinnen und alles ist in Ordnung. Ja, und dann können sich auch wieder Mechanismen einspielen, wenn vielleicht wieder alle fit sind, auch so. Aber du hast natürlich recht, ich bin nochmal ganz kurz zur Fortuna, ja, die haben das erste Spiel natürlich extrem gut bestritten, wo du sagst, okay, warum gewinnen die jetzt plötzlich gegen Werder, aber die haben die anderen einfach irgendwie halt alle aussehen lassen, waren ganz gut in Form. Ja, trotzdem habe ich das Gefühl, dass es eine extrem schwierige Saison wird für die und ich glaube, du kannst auf Dauer nicht mit einem Ruven Hennings da vorne bestehen, auch wenn er mal seine Tore macht. Deswegen, aber wenn die einfach gerade mit einem neuen Stürmer am Start ist, dann wird das eine Sache, die wir auf jeden Fall erledigen können. Aber alles Weitere sehen wir dann wirklich, wenn die Neuverpflichtungen da sind. Ja, und spätestens nach dem Termin, nach diesem Sonntag, sieht sie dann die letzten 24 Stunden nochmal ganz anders aus und wir schauen dann, wer da noch kommt. Ja, genau, von daher, wenn ihr da mehr zu dem Spiel wissen wollt, würde ich euch jetzt schon mal in weiser Voraussicht die Spieltagsanalyse von uns bei Spiegel Online in der Sportsektion empfehlen, weil, wie Basti schon sagte, wir sind jetzt gerade ein paar Stunden nach Leipzig, da kann man jetzt noch nicht da viel zu sagen. Ich würde aber noch eine kurze Korrektur einwerfen, weil das hatte mich, ich hatte gerade eben was anderes in meinem Kopf abgespeichert und dem ist auch so, der Torwart, Zachary Steffen, kommt nicht ordinär von Columbus Crew, sondern er hat einen kleinen Umweg gemacht über Manchester City, die haben den nämlich verpflichtet und für die nächsten, für die nächste Spielzeit an Düsseldorf ausgeliehen. Ja, gut, aber der hat jetzt ja da noch kein Spiel gemacht. Ja, das ist richtig, aber er ist bei denen offiziell unter Vertrag für acht Millionen, haben sie den gekauft, also das ist schon kein absoluter Fliegenfinger, wenn die da Geld verschlecken. Nö, nö, das glaube ich, aber man muss ja doch erst mal so ein bisschen so eingewöhnen. Ja, das ist korrekt. Aber ich bin mal gespannt. Schlechter ist er auf keinen Fall. Da gibt es andere Graupen in der Liga. Das wird auf jeden Fall interessant. Aber trotzdem, wie dem auch sei, egal wie dieser Torhüter genau heißt und was er genau kann, die Eidracht muss das auf jeden Fall wuppern, denn wie es dann so schön ist, gehen wir schön in die Länderspielpause und haben dann erst mal ein bisschen ein Boogie-Boogie. Dem ist wichtig. Lassen wir dann auch den Tipp für Düsseldorf weg, ja, oder? Oder wollen wir da schon mal ein Ergebnis tippen? Null von mir aus können wir weglassen. 2-0. Bastost, bastost. Bastost, bastost. Ja. Das passt. Ich auch mit. Dann schreibe ich einfach kollektiv für uns alle 2-0 auf und dann ist das Thema durch. Hervorragend. Gut. Und dann kommen wir jetzt zu einer unserer neuen Kategorien, nämlich zu der Frage, was macht eigentlich? Du musst erst mal die Zeitleitung einschalten. Was macht eigentlich? Ja, was macht eigentlich? Was macht eigentlich? Das schlugt. Die Anzeige zeigt dir, wohin du fährst, die Anzeige, wo du bist und die hier, wo du warst. Was macht eigentlich der? Du weißt schon, wen ich meine. Mir fällt einfach gerade sein Name nicht mehr ein. An dieser Stelle auch nochmal danke für diesen wundervollen Jingle. Ich sag's jetzt einfach noch bestimmt irgendwie 15 Mal, weil ich das Ding einfach nach wie vor so großartig finde. Guter Mann. Guter Mann. Liebe Grüße. So, ich hab einen Spieler rausgesucht und ich geb euch jetzt wieder so ein paar Dinge und ihr dürft mal raten, wer das ist. Also, es ist ein Stürmer passenderweise zur aktuellen Situation. 120 Spiele in der ersten Bundesliga. Der Jugendverein war Sparta 57 Oppoisten und er hat das letzte Tor im Bökelbergstadion geschossen, bevor er dann zur Eintracht kam. Ari van Lent. Korrekt. Hervorragend. Ein Kenner. Genau, Ari van Lent war oder ist zum Beginn der Saison 2004, 2005 zur Eintracht gekommen. Damals irgendwas mit 2. Liga und Funkel und hat dann von den, ich glaub in Summe irgendwie 31, 32 Toren, die wir geschossen haben, 16 in dieser einen Spielzeit gemacht. Schlecht. Der war dann so ein bisschen in der Versenkung verschwunden. Aber wo ist Alter eigentlich schon? Wann ist er denn, mit welchem Alter ist er denn zu uns gekommen? Weißt du das? Ah, let me check this for you. Jetzt kurze Mathematikaufgabe. Der ist 1970 geboren, kam in der Saison 2004, 2005 zu uns, demnach 34. Boah, krass. Also noch nicht ganz 34, 33 und 11 Monate. Wow, okay. Aha. Also doch schon ein hohes Alter und dann nochmal geknipst. Auch geil. Genau, war ja vorher bei Leverkusen, äh, bei Leverkusen sag ich schon, bei Gladbach für viele Jahre und war da ja eigentlich auch so eine richtige Sensation und war allerdings in der Saison davor, 2002, 2003, war er verletzt und konnte dann nicht mehr so richtig irgendwie wieder einsteigen und sein Vertrag ist dann ausgelaufen und er ist dann ablösefrei zu Frankfurt gewechselt, weil er sich nochmal verändern wollte und hat dann da nochmal richtig in der zweiten Liga Gas gegeben. Zusammen mit, äh, Benni Köhler und, äh, Duritscher. Ich hatte bei ihm immer das Gefühl, dass es so ein, der ist so irgendwie, der ist zehn Jahre zu spät geboren. Das ist so ein typischer, der hätte auch 90 Weltmeister werden können, das ist so ein richtiger alter Stürmer. Also der kann halt nur treffen. Ich glaube, diese Art Stürmer, so wie die Olaf Boddens und Bernhard Winklers und so. Geil. Er ist halt auch mit 1,90 beidfüßig, der ist auch vom, soweit ich in Erinnerung habe, vom Körperbau auch so ein richtiger Brocken. Also der steht halt auch da vorne drin und wartet halt auch drauf, dass er den Ball bekommt. Was, was macht der heute? Ähm, der ist heute tatsächlich Trainer, der hat eine Trainer-B-Lizenz, der war ja mal eine Zeit lang als Trainer bei den Kickers, Kickers Offenbach. Echt? Und ist jetzt quasi seit September 2015 der Nachfolger der zweiten Mannschaft bei Gladbach. Also ist quasi auf André Schubert, der ja dann irgendwann Cheftrainer geworden ist, hat er dann quasi die zweite Mannschaft bei Gladbach übernommen. Okay. Und das macht er, soweit ich das gelesen habe, auch heute noch. Nicht schlecht. Also gibt's, gibt's, gibt's steilere Karriereabstürze, muss man sagen. Er ist auf jeden Fall im Business geblieben an ernstzunehmender Stelle. Ja, das definitiv. Wie lustig es aber auch einfach ist, dass er irgendwie jahrelang, wenn ich das gerade mal so sehe, bei Werder Bremen 2 gespielt hat. Irgendwie Werder Bremen, Werder Bremen 2, dann kurzer Werder Bremen, dann nach Oldenburg und dann wieder Werder Bremen 2 und dann bei Werder Bremen wieder Werder Bremen 2 und dann Kräuter Fürth und dann wirklich mal Gladbach und dann Eintracht und dann Rot-Weiß Essen. Spannend, okay? Ja. Aber geiler Typ. Also ich fand den ganz sympathisch. Und dann auch zu dem hohen Alter zu uns gekommen, aber in entscheidenden Momenten noch getroffen, musste auch erstmal machen. Ja. Wie gesagt, 16 Tore in der zweiten Liga. Ich meine gut, zweite Liga ist halt zweite Liga, aber trotzdem, da die Dinger halt einfach mal machen und damit halt auch maßgeblich dann zum Aufstieg da beitragen, ist natürlich dann auch nochmal eine ganz wichtige Nummer. Oh ja. Und wie gesagt, ich fand es halt spannend, zum einen, weil er Stürmer ist und weil er halt gleicher Landsmann. Ja. Von daher, Ari van Lent, ich hänge euch mal den Link zum Transfermarktspielerprofil und zum Wikipedia-Eintrag in die Shownotes und dann schauen wir mal, wen wir nächste Woche an dieser Stelle auf dem Zettel haben. So, und dann müssen wir jetzt mal gucken, was denn generell die Eintracht so vor 20 Jahren gemacht hat und das wäre dann diese Sektion hier. Liebe Zuschauer, Alexander Schurk. Jetzt ist Schluss. Eintracht Frankfurt ist in der Fußball-Bundesliga. Ja, ist es denn zu glauben? Frankfurt verspielt den Aufstieg im eigenen Stadion. Willkommen im Ehrenhaus. So, vor 20 Jahren war auch der zweite Bundesliga-Spieltag schon rum und den hat die Eintracht im Gegensatz zu diesem Jahr erfolgreich gestaltet und gegen wen, das sagt uns jetzt der Basti. Ja, wir sind ja gut in die Saison gestartet. Auftragssieg war gegen Gunther Hachen, ich war letztendlich immer noch nicht dabei. Jawohl. und man muss sagen, es sah zwischenzeitlich nicht so gut aus. Also die Eintracht hat in Freiburg gespielt. Wir kommen jetzt mal zu den Aufstellungen. Was ich immer lustig finde bei dieser Kategorie ist auch die Aufstellung der Gegner zu sehen, muss ich sagen. Eigentlich ganz geil. Richard Goldz im Tor, Brunst, Jara, Hermel in Abwehr, zu Bayer, Bayer im Mittelfeld, Ali Günesch, kennen vielleicht der eine andere auch noch, Kobiashvili, Tobiasvili, Andreas Zeyer, Umar Kondé und Adel Selimi. Also schon der eine oder andere, bekannte Name dabei. Die Eintracht ging ins Spiel mit Nikolov, Bindewald, Krach, Zahnprach, Gebhard Held, Jansen, Weber, Fjordhoff, Gilmin, Salou. Und muss sagen, wie sind dann, Adel Selimi hat dann erst 1-0 gemacht und Günesch kurz nach der Halbzeit das 2-0. Also es sah nicht so gut aus bis zur 70. Minute. Und in der 72. Minute kam Ralf Weber und dann Doppelpack, Baschi, Rusalou, 76. 86. Und die Adela hat tatsächlich kurz vor Schluss noch 3-2 gewonnen. Ja! Und 3 am Stadion. Das wird den Herrn Hofmeister da freuen, oder? Ja, der Hofmeister kennt die ganzen Scheiß, Balbo. Balbo hat echt geilen Spieler teilweise. Ja, ja, muss man schon sagen, schon geil. Aber geil. Zweiter Sieg in Folge, so muss das sein. So muss das sein. Und Salou erfüllt momentan noch die Erwartungen, muss man sagen. Es gab einige Skeptiker im Sommer bei uns. Wir haben ja in der letzten Woche im Eintracht-Podcast darüber gesprochen, dass wir die Salou-Millionen, das verstehen wir nicht so ganz. Momentan belehrt er uns eines Besseren. Wollte gerade sagen, er zeigt uns, wie es wirklich geht. Also Baschi, Rusou, der Torjäger, der Stürmer, der uns wahrscheinlich ins Glück bringt. Hoffe ich zumindest. Stand jetzt. Ich bin ja noch nicht gespoilert. Ich auch nicht. Aber gut, gut losgegangen. Freiburg und Darin besiegt. Es ist auch wichtig, dass du gegen Freiburg gewinnst, weil auch die haben ja doch eine gewisse Qualität, wie wir gerade festgestellt haben. Das stimmt. Und die Besonderheit ist dann auch noch, dass die Eintracht nicht nur extrem gut in diese Saison gestartet ist, sondern, das stimmt aber doch nicht. Ach, damals war noch zwei Punkte Regel, gell? Ich bin gerade irritiert, weil ich habe gerade die Tabelle aufgemacht und die Eintracht steht auf Platz 1 in der Tabelle wegen dem besseren Torverhältnis. und da stehen vier Punkte, das stimmt. Damals war noch nicht die Drei-Punkte-Regel. Krass, das hätte ich jetzt gar nicht gewusst, muss ich sagen. Das ist die einzig logische Erklärung, weil ansonsten kannst du ja nicht, weil alle anderen die zwei Siege, zwei Spiele gewonnen haben. Ist das ein Fehler hier von Fußballdaten? Also ich hätte gedacht, das ist schon, aber wann kann man ja dann ja dann ist das aber dann, liebe Kollegen von Fußballdaten, dann müsst ihr hier mal aufräumen, weil eigentlich müsste Drei-Punkte-Regel. Weißt du nicht, dann wurde ich noch eingeführt. Das versuche ich gerade rauszukriegen. Einführung Drei-Punkte-Regel. Das müsste eigentlich schon länger her sein. Was sagt denn Wikipedia? 95, 96. Ja eben. Dann, liebe Kollegen von Fußballdaten, da habt ihr jetzt hier aber geschlampt, da hat einer nicht auf, hier passt. Danke, Merkel. Das gibt hier gleich mal irgendwie eine bitterböse mit. Nee, aber trotzdem. Das wäre so geil, wenn du jetzt so ein richtiger Hass-Mail schreibst. Ja. Irgendeine Scheiße wieder. Wird dann mal was vorbereitet. Aber trotzdem, Eintracht zu diesem Zeitpunkt nicht nur extrem gut in die Saison gestartet, sondern wegen dem besseren Torverhältnis auch Tabellenführer vor der Hertha und dem HSV, der damals auch noch in der ersten Liga gespielt hat, kann man sich heute ja kaum noch vorstellen. Und jetzt ein Heimspiel vor der Brust gegen Duisburg mit Gintaras Stoutschirm im Tor. Also was soll da schief gehen? Ich bin gespannt, wie es nächste Woche weitergeht. Ja, also Leute, das sind alles fixe Punkte. Da will ich gar nichts. Ich habe jetzt dieses Jahr das Gefühl, dass wir in die Europa League kommen können beziehungsweise in den Europacup. Das ist für mich das Ziel. Und ich glaube, jetzt sieht es gut aus. Ja, da geht. Da geht was. Meine Freunde, da geht was. Hervorragend, wie diese spannende Saison aus dem Jahre 99, 2000 weitergeht, erfahrt ihr nächste Woche, wenn es wieder heißt Eintracht Podcast, nicht? So, und dann müssen wir hier weitermachen und zwar reden wir über eine gute Tat und das ist dieser Genie hier. Die gute Tat der Woche. Geben wir alles zu Hause in unserer Familie, in unserem Umfeld, im Berufsleben, damit unsere Welt besser geht. Wir sind anständige Junge, ich kenne ihn jahrelang. Er hat immer sauber und fair versucht zu spielen. Das ist, glaube ich, das Wichtige, dass wir miteinander Respekt vor ihm gehen müssen. Seid nett zueinander und habt euch lieb. So, und da haben wir diese Woche auch wieder eine gute Tat geschickt bekommen, oder Marvin? Ja, genau. Und zwar, vielen Dank an die Tatiana, die uns was geschickt hat und zwar lasst mal Leben retten, Hashtag lasst mal Leben retten. Hier geht es im Konkreten um die DKMS, also die Stammzellen Spenden Aktion und zwar jetzt konkret ausgelöst von einem Spieler des TV-Großwaldstaates, geht hier um Handball, der ist an Blutkrebs erkrankt, der Steffen Lieb heißt der und jetzt gibt es viele Leute, die jetzt irgendwie Stammzellen spenden wollen und ich kann nur allen Leuten empfehlen, das mal zu machen. Das ist eine super Angelegenheit, das kann man sich typisch, typisierungsaktion machen. Typisieren ist das, ja. Genau, und das ist gar kein Drama, das tut auch gar nicht weh und ich glaube, es kann einfach Leben retten. Lass uns das alle mal machen. Ich habe da auch demnächst mal einen Termin, da bin ich auch auf jeden Fall dabei und ich glaube, es kann nicht schaden, es tut nicht weh, was soll schief gehen. Also liebe Leute, einfach mal machen und vielleicht, vielleicht habt ihr das Glück, dass ihr jemandem sehr helfen könnt. Ja, also typisierungsaktionen gibt es ja immer das Häuferin in dem Fall, jetzt halt eben konkret verbunden mit dem Fall. Ich glaube, man muss auch mittlerweile gar nicht mehr für diese Typisierung Blut spenden, sondern das geht mittlerweile, glaube ich, auch mit so einem mit so einem Speichelabstrich oder irgendwas. Genau, und alle, die es konkret für diesen Steffen lieb machen wollen, beziehungsweise die sich daran binden wollen, gibt es eine Registrierungsaktion am Sonntag, den 15. September in, ja, Großwallstadt logischerweise, im Schulzentrum Großwallstadt in der Halle von 11 bis 15 Uhr, könnt ihr vorbeikommen, gibt es wahrscheinlich auch Kaffee und Kuchen und ein bisschen Geschwätz gibt es auch noch dabei und dann ist doch für alles eine gute Lösung gefunden. Ja, aber generell, so eine Typisierungsaktion ist halt echt nichts Schlimmes. Einmal im schlimmsten Fall ein bisschen Blut abgeben, dann kommt man da in die Datenbank. Ich bin da seit Jahren schon drin und ja, im schlimmsten Fall oder im besten Fall meldet sich eben jemand und sagt von wegen, okay, wir hätten da irgendwie einen Fall und dann muss man dann nochmal zu einer Blutuntersuchung, um zu gucken, ob das auch wirklich passt und dann wird halt quasi, spendet man Blut, woraus dann wieder das Knochenmark gewonnen wird für denjenigen, der es halt eben braucht. Also jetzt nichts irgendwie Großartiges, verursacht keine großen Schmerzen und so weiter, alles nicht irgendwie so schlimm, kann aber wirklich einfach Leben retten und von daher ist es kein Grund, das nicht zu tun. Yes. Yes. Gut, dann falls ihr an dem Wochenende 15. September, an dem Sonntag da nicht vorhabt und in der Nähe von Großwaldstadt seid und noch nicht typisiert, seid, fahrt dort hin. So. Super, dann. Und jetzt gucken wir mal auf die Empfehlungen. Haben wir denn Empfehlungen diese Woche? Lohnt es sich, den Jingle dafür abzufahren, meine Damen und Herren? Ich habe keine. Geht mir ähnlich, außer dass ich prophylaktisch empfehle, kündigt euer Sky-Abo. Was habe ich für eine Empfehlung? Ich habe den Film jetzt zwar noch nicht gesehen, aber ich habe ihn von einem lieben 93 und andere Podcast-Hörer, die Grüße nach Braunschweig, an den Tobi. Der Film, unser Team Nosser-Charpe ist draußen. Ah, okay. Das ist ein Film über dieses Team, was da... Dieses Flugzeug-Ding da, ne? Genau, wo die dann in den Champions-League-Finale und so weiter und so weiter. Also echt eine ergreifende Story. Ich habe den Trailer gesehen und da habe ich beim Trailer schon fast angefangen zu heilen. Ja. Deswegen habe ich diesen Film auch noch hier liegen. Ich traue mich noch nicht so ganz, mich in diese emotionale Bahn hineinzuwerfen. Wahrscheinlich werde ich es in der Länderspielpause gucken, weil da werde ich Emotionen brauchen, weil die Nationalmannschaft interessiert mich nicht. Mich interessiert auch übrigens nicht, was für einen Song ihr da auswählt, lieber DFB-Fanclub. Keine Grüße. Wir haben ja keine Dummschwätze, deswegen musste ich es jetzt hier schnell rauskotzen. Ja, alles Gott. Aber diesen Film empfehle ich ungeschaut, also alleine aufgrund des Trailers. Neue Elf Freunde ist auch draußen, aber habe ich auch noch nicht reingeguckt, von daher. Alles ungesehene Empfehlungen von mir und, liebe Freunde, kleiner Teaser. Ich glaube, am 10.9. ist das. Lieber René, am 10.9. kommt Revolution raus. Und am 20.9. Und dann fängt unser jährlicher Kampf an, dass ich hier Woche für Woche über Pro Evolution reden werde und über FIFA. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie es dieses Jahr ausgeht. Ja, ich bin immer gespannt, ab wann. Also offiziell kommt FIFA ja raus am 24. Normal irgendwie vorbestellen ist ja irgendwie drei Tage früher spielen. Und jetzt ab diesem Jahr gibt es ja auch endlich EA Access auf der Playstation, womit man dann ja eine ganze Woche früher schon rein starten kann. Also ich habe mir mal die Abende in der Woche ab dem 16.9. geblockt, um das mal ausführlich anzutesten. Und dann werden wir hier wieder ein sehr fundiertes und nicht vorhergesagtes Urteil abgeben. Bin sehr, sehr gespannt, wie es dieses Jahr auffällt. Vielleicht holen wir uns dann doch noch den einen oder anderen dazu, dass er dann doch irgendwie fachmännischer beurteilen kann. Etienne oder sowas zum Beispiel. Ja, alles klar. Machen wir es. Hervorragend. Dann haben wir das doch auch für diese Woche wieder geschafft. Ich danke euch, ihr beiden, dass ihr hier mit dabei wart. Vielen Dank an alle Hörerinnen und Hörer da draußen, die uns eben so regelmäßig unterstützen. Dran denken, ihr habt, wenn ihr diese Folge hört, noch bis Montagabend. Ich sage jetzt keine Stundenzahl, weil ich noch nicht genau weiß, wann die Folge im Laufe des Montags erscheint. Aber ein paar Stunden habt ihr noch Zeit, um an unserem Verlosungsgewinnspiel dies, das Ananas bezüglich dieses Saisonbuchs teilzunehmen. Von daher, wenn ihr das noch nicht getan habt, mal eben schnell bei uns auf die Seite klicken, euch da eintragen und vielleicht gehört ihr zu den beiden möglichen Gewinnern. Ansonsten, ja, machen wir hier den Sack zu, melden uns in der nächsten Woche in gewohnter Art und Weise wieder und dann geht es ja auch so ein bisschen in die Länderspielpause. Bis dahin, macht's gut. Tschüss. 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 Hey, hey, es kann am Anfang von Hey, 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 hey